Mit ein bisschen Moon, mit ein bisschen Emerald und mit quasi ganz viel Liebe. Beim letzten Mal bin ich gewiped und hab dann angefangen viel nachzuspielen, habe viel geschafft. Wo es weitergeht, möchte ich nur was zeigen, nämlich an der Box. Ich habe nämlich jetzt einfach mal in Vorbereitung für irgendwann später vielleicht. Also hier Monster, die ich vermutlich gar nicht benutzen werde, bis ich halt in Ventusigas überreiche oder halt auch niemals. Wir haben andere Monster jetzt halt so einen richtigen 29 oder 33 gebracht. Ich weiß nicht, ob sie es halt brauchen können oder nicht. Einfach nur halt, weil ich da gucken wollte, möchte ich irgendetwas austauschen. Ein hoher Favorit bei mir war halt Samy, weil schnell, Blups, hast du nicht gesehen, Wasser, Psycho. Aber wie man sieht, es hat statt innere Kraft, hat es Illuminate, was halt ziemlich scheiße ist für Kämpfe. Die Statsen zwar nicht scheiße und es hat Skald, was ganz cool ist, plus Recover. Dann könnte man auch Psychokinesis und Donnerblitz draus machen. Von dem Typen kriege ich mal übrigens die Profi-Ange. Oh. Die habe ich einfach dann die ganze Zeit ignoriert. Aber ich bin dann bei Hugo geblieben, weil deutlich krassere Stats, außer als Speed oder als HP. Aber halt die restlichen Stats sind schon ein gutes Stück heftiger. Deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Ein Mon für die Zukunft könnte Exeggit sein, weil es A, Sialoda-Form geworden ist. Was ich jetzt als Vorteil sehe. Und das Smoothie, was ich lernen kann, da muss ich dann später noch ein bisschen nachbabbeln. Aber das könnte man halt sehr Support-mäßig spielen. Das wäre eine Idee für die Zukunft. Und ansonsten wäre was für Steam. Jan Mega. Es lernt 33. Lernt es Antikraft. Dadurch hat sich entwickelt. Hat dann Speedboost und ist nicht mehr scheiße. Die Werte sind so, sind okay. Smoothie ist auch ganz okay. Ich habe mit einer Herzschuppe, wollte ich ihm eigentlich Käfer rum beibringen, weil es eine Level-1-Attacke sein soll, was halt geil wäre. Und die Attacke gibt es auch. Das lernt nämlich wie Brava nach einer Weile. Aber er kann es einfach nicht lernen. Das ist blöd. Aber ja, deswegen hat er jetzt einfach Backball. Das wäre was für später. Halt auch um was gegen Boden-Monts zu haben und halt auch potenziell gegen Psycho. Aber das ist halt jetzt gerade auf Level 33. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und statt dass ich ein Level-Up riskiere, halt kurz vor der Arena oder so, und ich ihn halt jetzt hier nicht benutzen könnte, nehme ich erstmal jetzt noch weiterhin Garados mit. Deswegen, aber das kommt halt später. So, wir sind jetzt auch halt um Malven vor, weil ich halt viel hinterher musste. Und dann holen wir uns einfach zuerst den neuen Malven vor Encounter. Aber ich werde jetzt halt das Gebiet auch nicht fertig machen. Von daher, gehe halt hin, hole meine beiden Encounter. Und ich werde nebenbei weiterhin Zeit ein bisschen verschwinden. Da ich jetzt die Profi Angel habe, werde ich einfach mal tatsächlich angeln gehen. Und einfach mal überall meine Angel ausschmeißen. Und dafür, dass ich vielleicht doch irgendwo ein Gipser finde. Und damit du ein bisschen weiter aufholen kannst. Eigentlich wollte ich nämlich die, einfach nur die Trainer auf der Route da machen, die ich alle ausgelassen habe, weil ich ja nicht so viel leveln wollte. Und ich muss mich ja noch für die Arena sozusagen ein bisschen vorbereiten. Und da habe ich gerade halt zufällig mit dem Typen gesprochen, weil ich halt dachte, gegen den habe ich auch noch nicht gekämpft. Und der hat mir die Profi Angel in die Hand gedrückt. Nice. Ich muss ja gerade was nachschauen hier. Weil ich bin ja mal so Frau und bin mir einfach Schütze, weil, ne? Ja. Warte, verkauft der überhaupt? Ja, normale Repails mich nicht veralbern. Oh mein Gott. Grappier-Port wird es ja bestimmt was geben. Brauche ich das einfach mal. Ich weiß von der Profi Angel in Niva Sanne, meine Güte. Also auf dem Weg sind halt wieder ein, zwei Trainer in Kämpfe geraten, aber die waren halt level 18, 19 rum. Also ist da nicht viel Besonderes passiert. Aber wenn man sich halt wundert, warum ein paar EXP-EXP-Werte anders sind. Ich habe zuerst die Überlegung halt, wenn ich mir Zapdos holen, dann könnte ich halt quasi zwei Manns auf einmal auswechseln und da im Windows Team umstellen. Aber Hugo ist halt schon echt nice. Aber Hugo ist halt schon echt nice. Er ist im Saala. Mangel. Ich finde, das war die Blitzer nicht gerollt. Das ist hier gerade nicht schnell. Also irgendwo wird es Blitzer geben. Die Frage ist halt, ob ich es finde. Der unnormale Repails, what the fuck? Wo sind denn Repails, Mann? Gibt es die jetzt erst, äh, in, äh, nicht der Anfangsstadt, aber dort, wo Death Corp rumsitzt oder wo zum fixen ein Superschützer? Äh. Geht halt noch rum zu Flavia, I guess. Hab's da einen Markt überhaupt? Ja. Okay. Was halt auf den Berg aufpassen? War ich mir nicht sicher. Was halt auf den Berg aufpassen, aber ansonsten... Ja, komplett ganz toll. Was ich nicht tut, nur dass man dann auf Routen seine Ruhe hört. Oh, mir fällt noch was ein, by the way. Ähm. Was ich noch machen sollte. Was denn? Moment, ich muss da noch, äh... So ungefähr wird es Geld. Ich muss dann noch, ähm... Äh, ist so ausschöpfen lassen, dass halt ich das als Dupe habe, ist mir dann mal so eingefallen. Bin nämlich ziemlich beschissen, wenn, äh, ne? Ja. Hallo, Quickel. Hab ich nicht gesucht. Das hätte ich jetzt nochmal ausgemachen können. Gott, damit. Aber ich vergaß. Das werde ich auch niemals in meinem Leben trainieren, aber... Ich bin halt allgemein einfach kein Glück beim Angeln zu haben. Hm. Ich brauche eben erstmal vier Anläufe, bis du überhaupt was anbeißt. Ja. So, dann sind wir meist Videomäßig unterwegs hier. Wuhu. Und bei mir gibt es Pokémon Fishing Simulator. Ja, hast du ja bald, ey, in Breath of the Pokéman. Also eventuell, wer weiß. Wir haben Final Fantasy 15 mit seinem Fishing-Mini-Spiel. Das war sogar ganz witzig. War schön, wenn sie, äh, Noctus Corroser haben. Cue in you just as yours. Just like yours, too. Allgemein waren die Mini-Spiele, die es da so gab, ganz witzig. Auch das Pinball-Spiel, was man sich aufs Handy holen konnte, war auch ganz witzig. Ja, das Problem ist bei Final Fantasy 15. Ja, das ist halt wirklich das einzige Problem, weil das Spiel selber nicht ganz so krass war. Es hatte halt viele kleine Extrasachen, aber das Spiel selber war halt lacking. Ja, neun Jahre Development-Töne für nichts. Ah, und, äh, du willst die Story, die Story und die Story und die Story-Story haben, hier hast du 50.000 extra Medien. Für Vollpreis, viel Spaß. Ja, geil. Weil, mhm, da steht zwar nicht DLC drauf, aber effektiv ist es DLC. Die Story, die Story hätte halt ganz cool sein können, wenn du halt alles gehabt hättest. Weil an sich war die Prämisse an sich, also die Prämisse an sich war halt ganz interessant. Aber, die Ausführung wäre, vor allem, als würde sich irgendein Spieler für die Love Interest interessieren, Mann. Ja, weil einfach alles viel zu kurz kam. Man hat überhaupt keine Ahnung, was mit den beiden ist. Zu kurz kam, Judy, just like yours. Man hat nur ein paar rückblenden, wie sie als Kinder zusammen gelernt oder gespielt haben und, ja, mehr hat man halt nicht wirklich. Und das ist etwas schaurig. Etwas wenig, könnte man sagen. Hm. So, mit unserem Counter, ich habe auch meine Liste nachgeholt und habe sie auch diesmal offen. Mh, das heißt, ne, diesmal kann ich auch eintragen. Aha. Das ist mit einem normalen Angel, angel ich nichts, Mann. Was ist denn das? Hm. Ah, man kann auch vorher nicht. Also, man kann sowieso nicht vorher rein, weil man einen Surfer braucht. Von daher, das ist sowieso alles herzlich unsinnig. Oh, Static und, oh. Ich bin auf Dingens gekommen, habe mir die Nase gekratzt und bin ich auf Beschleunigen gekommen. Und genau da hat natürlich was angebissen. Ja, wirklich. So, jetzt danke. Gut, Angel, kommen nur Lamos hier. Es kommt nichts anderes, alles klar. Ach so, mein Static Encounter ist ja, äh, he. Ich wollte weiter, aber ja, was. Aber es ist ein Encounter. Hopp. Und es ist ein Elektromon. Ja, gut, davon habe ich es inzwischen. Das stimmt. Uh, okay. Der zweite Ort, an dem ich eine Aquana finde. Hm. Superangel in Blütenburg. Aber immer noch keinen Blitzer. So, dann nehmen wir mal den, äh, Jensen. Ups. Inilla. Ist auch kein Blitzer. Hast du denn schon mal gelbe Farben in deinem Sprite? Ah, guck, Angel. Schauen, dass wieder 20.000 Jahre lang kein Pokémon anbeißt. Oh, gleich beim ersten Mal, what? Was ist denn hier los? Hm. Sollen wir mal rausfischen? Viel Spaß. Okay. Okay. Geht doch. Detraging, okay. Haben wir doch auch schon. Gebt mir doch keine direkten Dupes, die ich schon mal woanders gefunden habe. Oh doch. Wenn ich doch einen Blitzer suche. Erfolge mal ein, Mann. Haben wir denn die Eltern von Heiko und... Ah, ne, die haben einem es zu Erfolg gegeben. Hm. Ich würde sagen, haben die ja nicht irgendwas geben wollen oder so? Oh, und meinen, dann kommt er sein, äh, Rion. Hm. Hm, die angeln wir später. Ein Ritzeros. Ja. Hast du gerade Rion gesagt? Mein Gott, der Ritzeros hat. Ich hatte den Siegeros mit seinen Weg gehen, aber will ich, das ist die Frage. Also, das Mon haben ist die Frage. Nein, es haut ganz schön rein. Und es ist halt eine gute... Scheiße, langsam, eine Pflanzenwasserzack und es ist einfach... Dote. Ja, gegen die setzt es halt nicht ein. Aber wahrscheinlich haben die ja irgendwo jetzt schon random Moves hier, deswegen. Stimmt, ja. Hast du gesagt. Sache 10, ja. Ha, 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 ha. In den Zug, in dem ich aufwache, direkt für das Schlaffutter einsetzt, die Bitch. Hm. Wir machen einfach zweimal mit Profi Angel und Angel. Wenn die selben Munz kommen, dann lass was. Farbige, okay, das haben wir noch nicht gesehen bisher. Das ist mal was Neues. Hm. Ah, da oben kann ich auch was fangen, da war Herbert. So 134. Hm. Kann ich schon mal die anderen eintragen, I guess? Oh, hallo. Oh, es ist Shiny. Oder? Nein, es ist nicht! Nö. Aha. Das ist das mächtige Lavados. Da haben wir auch schon einen perfekten Namen für's. Hm. Das ist 134, wenn ich's gefangen kriege. Mein Problem ist, mein Schläfer ist ein, äh, Pflanzenmarkt. Megania. So ein bisschen das Problem. In der Tat, vor allem das Ding ist 31. Hm. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Hm. Wow. Sollte ich einen Spark machen? Sollte ich einen Spark machen? Äh, ja. Oh Gott. Jetzt passiert's ja. Hä? Oh Gott. Das hat einen Bug bekommen. Hm. Hm. Hat Garados Bedroher? Hm, ja. Aber Angel Power, ne? Haben wir einfach mal drauf, dass es keine Feuerattacke hat und ich kann's einschläfern? Ja. Kann auch ne Flugattacke haben. Ja. Wird schon. Wird schon. Wird wahrscheinlich jetzt noch gar das gegangen, hätte seinen Angriff versenkt. Aha. Jetzt kann ich das machen. Wie ist das denn? Komm, was soll denn der Scheiß? Ich hab doch genau gedrückt. Ah. Aber Angel Power ist speziell, von daher macht es da eh keinen Unterschied. Ja, aber weißt du ja nicht, was er sonst noch hat? Flügelschlag und so oder so'n Scheiß? Gut. Ich hab leider keinen Zahngebild, das ist ja scheiße. Milchzahn. Ja. Noch ein Angel Power. Noch nen Boost? Nein. Okay. Agilität. Okay. Endure. Das ist mal die ganze Zeit Endure. Das ist voll okay. Ach komm schon. Also Agilität. Endure. Äh, Ancient Power. Ja, und das Vierte weiß man nicht. Nein, noch nen Boost. Willst mich verarschen? Ja. Uuuuh. Ich glaube, das ist schon ein Ablemer. Fliehen ist die Option. Aber erstmal schneller sein. Und so Hugo einwechseln und schauen, was es hält. Aushält. Und zur Not ist töten. Bei einem Angriff soll es auf jeden Fall aushalten. Firespinn, okay. Pass auf, der macht ja halt jetzt ordentlich Schaden. Das heißt, wenn ne blöde Ancient Power kommt, dann kill dich vielleicht das Firespinn. Ich bring's auch. Ja. Super. Natürlich. Ach ja, ich heiß einfach nicht im Ase mit solchen Encountern. Ich hab noch kein einziges Legendary. Nee, Zahn. Ja, das ist das einzige. Ja, hat genau so beschissenen Catch-Raid. Und du hast ein Tapu Koko. Was Polizisten nicht die gleiche Catch-Raid hat. Das weiß man nicht. Ach ja. Super. Weiße, ey, what the fuck? Was ist denn mit dir los? Schön. Ach ja. Irgendwelche dicken Monster, wenn dann die Zongs ja Zongs auftauchen, ey. Jaja. Jaja. Gut. Dann war's das mit dem Account da. Hat Spaß gemacht. So, dann mache ich Skaradas vorne haben. Nein, Mann ey. Jemand diese dümmliche halbe Sekunde Pause, bevor du was drücken kannst, ey. Das ist mein Fail. Nice. Danke. Danke für den Castform als Geschenkkrieger. Ach ja. Der Castform. Schön. Danke für diesen ultraspezifischen Dupe, den ich sowieso gleich geschenkt kriege. Ach ja. Ach ja. Ach ja, die Verwirrung ist mal wieder riesig. Ich weiß gar nicht mehr, was man auf dem Schiff überhaupt bekommen hat. Ähm, ne TM. Eichstrahl, glaube ich. Achso. Eichstrahl ist mir. Eichstrahl ist mir. Eichstrahl ist mir. Ich muss mir sowas merken. Franz, jetzt zu viel. Ja. Und was habe ich im Schiff? Okay, okay. I guess. Und schon. Pflanze Geist. Was soll ich denn damit? Keine Ahnung, schon ganz witzig. Oh ja, super witzig. Das hilft mir so sehr bei problematischen Matchups. Jetzt können wir Kampf-Pokémon nichts. Oh, wait. Jetzt können wir Gift-Pokémon nichts. Oh, wait. Mit Gift-Pokémon könnt ihr sowas, nur nicht mehr so viel. Ja, aber ich habe einfach Bisa-Flor. Ja. Und der ganze Rest. Finale. 10 oder 5, Flora. Klingt ja super geil. Ach ja, Maze. Hm. Geist-Typus ist dir einfach scheißegal, man. Okay. Schwer ich nicht, wenn du explodiert wirst. Wenn du Kräpfel dich dadurch sterbe, dann beschwer ich mich weiter. Also Rangi. Hm. So wie sie's gehört. Hundemon. Ich hab's gefangen. Hundemon ist aber auch nicht das Mon, das ich möchte. Wie geht's dir abseits von Karton schleppen? Und, und, und. Und, und. Hoffnung verlieren. Videoran. Männlich. Ich schon. Ich fülle an dem Pokédex aus, hab jedes Pokémon gesehen, bis auf Blitzer. Wird's okay finden. Ich nicht. Tja. Ganz gut. Das ist doch Erfolg zu hören. Ich hatte ne ziemlich lange Nacht. Haben Junge seinen Abschied von einem Freund gefeiert. Mhm. Und, ja. Hi Mew. War ein langer Abend. Haben viel gequatscht, viel zusammen verbraten. Gezockt, gespielt. Also, Videospiele und anderen Kram natürlich. Einfach uns viel unterhalten. Es war auch schön, mal die Jungs nach fast einem halben Jahr wieder zu sehen. Das war eigentlich so das Beste daran. Ja, hat mir die Cam gezeigt, aber die ist irgendwie spanisch, die Seite. Also, spanische Amazon. Keine Ahnung. Mhm. Ah ja. Ja, ich hab's gesehen. Das war jetzt ja auch nicht das Problem. Also, ne Webcam finde ich schon. Ähm. Ja, ich hab halt meinen PC heute noch ein bisschen weiter aufgesetzt. Ansonsten ist mir gut. Egal, ist billig. Kommt drauf an, weil wenn ich's aus Spanien bestell, dann steigen eventuell die Dingenskosten. Weil wenn das nämlich nur ein Angebot von der spanischen Amazon ist, dann kann man das nicht so einfach nach Deutschland bestellen. Das kann man normalerweise schon, aber meistens kommen da dann die Kosten drauf und dann kann ich mir die auch vom deutschen Amazon kaufen. Da kostet's halt, keine Ahnung, 10 Euro mehr, aber ist genau so. Aber, wie gesagt, ist jetzt nicht das Riesenproblem. Das hier gibt's... Achso, das ist dieselbe Route, ne? Ja, stimmt. Hier ist dieselbe Route hier, deswegen. Was? Ähm, angeln. Ich hab' mich grad gewundert, warum ich hier mit der Profi-Angel auch am Mio gekommen. Ah. Superschutz. Das geht mein Passat war doch gratis. Ich hab' nicht weiter drauf geschaut, ich hab's dann nur kurz mal angeklickt und hab dann gesehen, ah, okay. Also mal wieder nicht aufgerast. Ich hab' mir's nur nicht weit angeguckt, weil ich dachte mir, ah, okay, okay, ne Webcam. Wollte ich mich eh am Dienstag erstmal drum kümmern. Wenn ich eh nochmal in den Mediamarkt rein muss. Und da erstmal schauen und dann eventuell kann ich's ja immer noch bestellen. Ich muss mir ja sowieso auch eine neue Capture Card bestellen, insofern... ...ist ja eh noch ein bisschen was... ...zu tun, was meinen neuen PC angeht. Schon wieder Meganie. Das Meganie ist angel, angel ich auch am Stück. Na, warum nicht? Ja, das hier ist Route 105. Encounter, oh Gott, der wird jetzt richtig hoch sein. Welchen Schutzaktiver... ...pfff... ...oh, Shiny zum Glück. Oh, danke. Oh Gott, wir drin bleiben, ganz schlecht die Idee. Oh, die Flügel 35er. So, gegen den wär' Rizaros ziemlich gut. Ja. Rizaros, bestimmt Bodenblitzer. Ja, der könnte es geben, danke. Moment, gehen wir jetzt mal wieder auf Route 105 und warten darauf, dass er Schutz auspfeift. Danke. Ich kann noch zurück angeln. Müsste ja auch ein anderer Encounter sein. So, bitte. In der Tat. Okay, anscheinend angel ich hier nur Meganie ist mit der Angel. Oh mein Gott, der ist... ...ein Krebschor. Na, vorhunder Trash. Wird das zu Unlicht? Ja. Ja, dann müsste ich mein Wassermund ablegen. Oder eins davon. Ja, dann müsste ich mein Wassermund ablegen. Ich hätte was gegen Shisho, aber nichts gegen Boden. So ist... ...so ist blöd. Na gut. Ja, also Ausbeute schaut anders aus. Was sieht sie besser aus als meine Ausbeute? Mit Zwirlicht, Eniko, Meryl, Corazon, Sandan... Okay, Reptain war okay. Dicta ist auch okay. Und wie Brava ist... ...annehmbar, ich weiß. Aber Zwirlicht, Eniko, Meryl, Corazon, Sandan, Warsho, Art. Hörer Croc. Hi. Er lacht und kreise sich. Oh mein Gott. Noch da? Was? Ich? Achso, du warst einfach kurz von der Qualität. Scheiße, ich dachte, jetzt verlierst du die Verbindung. Achso. Ich hab gefragt, ist es aber so schlecht wie meine Ausbeute gewesen? Ne, das hab ich alles gehört. Das hab ich alles gehört. Als du gesagt hast, so Gott, Tyra Croc war dann so... Oh Mann, das klingt ja sehr scheiße. Achso. Achso, achso. Achso. Krebs, Corbs. Und wenn ich hier mit diesen ganzen alten Routen fähig halte, außer mit der Insel, weil wir die sowieso nicht machen können. Von daher... Ja, jetzt kommt Route 218 und Co. Gut, dann bin ich mit dem Ausbeute fähig. Das ging ziemlich schnell und war ziemlich ertraglos. Ja. Möchte ich sagen. So kann es halt gehen. Trägerweise. Ja. Hilft halt alles nichts. Ja. Das mir von mir war jetzt irgendwie grad das Schlimmste war im Abstand, ey. Mö. 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 Oh, das hier war Route 118, aber ich hab doch irgendwas geangelt, warum hab ich das da nicht markiert? Ne, hab ich den Counter verkackt? Äh, du hast wahrscheinlich den geangelt. Ja, aber was war's denn? Auf meiner Box war nichts auf Route 118. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch nichts aneinander, was ich da angehend verkackt haben soll. Ja, aber wenn du jetzt schon Wilds-Pokémon gesehen hast, dann hast du's verkackt. Ne, es war ja ein Shiny Bellsprout. Achso. Das Ding ist ja wurscht. Ich hab keine Ahnung, was ich gesehen habe. Wird schon nichts krasses sein. Wahrscheinlich wieder ein Knopfenser, von daher. Du nur fangst, und dann musst du halt den Bot mal nachschauen. Ey. Auch Shiny. Toll. Nochmal Shiny, okay. Das ist ein Dupe. Das würde mich dann interessieren, wie, äh, wie weit man den da ranklippen muss, und das dann auf dem Bildschirm sozusagen draufgeklippt ist. Weil der Bildschirm, den ich jetzt hab, den neuen hier, der ist es. Kann ich den so ein bisschen schieben, dass er im Bild ist? Äh. Nicht ganz wirklich. Ähm. Der ist auf jeden Fall nur sehr dünn, die Ränder. Ich könnte's auf den, auf dem Bildschirm stellen, auf meinen gekurften. Aber da weiß ich nicht, ob's gescheit hält am gekurften. Aber ein Pokémon am Haken. Oh, wieder ein Visaflor. Kennen wir doch auch schon. Hm. Das stimmt. So, es war ein Knopfenser. Ich mein, Lavados, so, 119. Oh, richtig mit Gewitter. Und es ist... Äh, oh, okay. Hm. Dann nehmen wir das mal, I guess. I guess, ja. Die Tarking, die Zweite, du baust halt echt einfach das Team nach, das du vorhin hattest. Ja. Also, woher halt... Aber da ich halt bessere Schäfer, muss ich die so nicht Tarking nicht mitnehmen. Hm. Ausgefangen. Wie oft kann das passieren hier? Echt oft. Oh, Igelava. Scheinbar. Und zwar, glaub ich, jetzt viermal. Wenn ich da neu drücken musste. Hm. Ich glaub, das geht bis zu fünf. Und möglich. Ups. So, na. Dann gucken, dass wir zum Institut kommen, ohne dass irgendwas passiert. So, Faustauhafen. Schauen wir, was hier mit den Angeln kommt. Auch wieder viermal. Okay. 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 Danken. Gut. Ich lieb. So, wenn wir angekommen. Nice. Okay. Levelkurve ist auch recht heftig, Mann. Hm? Levelkurve ist auch recht heftig, Mann. Warum? Ja, halt, äh, wegen 31 zu 33. Achso, ja. Und danach hast du bis 42. Ja. Genau, warum sie bei Wiebke gesagt haben, hey, wir geben hier nur zwei Level. Bei Norman verstehe ich es ja noch einigermaßen, weil da nichts dazwischen ist, aber... Ja, kannst du direkt hinstiefeln. Oh, okay. Oh, 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 what? Okay, das eine ist ein Kilder, das andere ist ein Gardewurf. What? Aha. Das ist sehr sinnig und so. Ediva. Okay, sie haben einen Towercat, Kilder, Towercat. Äh, hm. Der Randomizer ist auch so weird, Mann. Hm. Das ist, äh, warum auch man die Rom so ein Podium hat, bei denen zu randomizen, Mann. Aber na gut. Da kann ich jetzt ja auch erstmal kurz wieder hier... Bäm und Bäm. So, jetzt können wir das Team sehen. Kudox. Ach, stimmt, sie hat auch noch bei uns. Ich hab hier noch nichts gefunden. Ich glaube, ich kann da mal ein bisschen surfen, ja. Genau, das ist ein Schutzwerk ist, ups. Ein Weidort, okay. Oh, hallo, Medoers. Okay. Das ist, äh, ein Team. Eisfänen. Ah. Das ist, äh, ein Team. Das ist, äh, ein Team. Ah, Rivalenkampf kommt jetzt da. Oh, ähm. Oh. Hi. Hi. Oh, ist jetzt um zwei Drache, ne? Yes. Drache flog? Nein, Drache Feuer. Ah, Feuer. Ja, super. Okay. Okay. Fliegen. Hm. Auch mal so eine interessante Sache, wenn man Oras gegen einen Glurak kämpft, du weißt halt nicht, ob es ein X oder ein Y ist. Das Y kann dir so in die Fresse hauen, das X kann dir so in die Fresse hauen und je nachdem, ob das richtig oder falsch predikt ist, kann es einfach mal ziemlich böse enden für nicht. Hm. Weil wenn so ein Megaglurak X ein oder zwei Drachentänse durchbekommt, weil du gedacht hast, das ist das andere, dann schlecht. Ja. Wenn es aber das andere ist und du das andere versuchst, das Megaglur X zu kontern, indem du irgendeinen Drachen oder was weiß ich benutzt, dann kann es halt so gut sein, dass es dir mit einem riesigen, heftigen Feuersturm, Flammenwurf oder Solarstrahl hart ins Gesicht drückt. Das stimmt. Weil ein 160 Base-Angriff in der Sonne zusätzlich, die sie noch rausholt, das ist... Puh. Schon echt scheiße. Das ist schon sehr, sehr böse. Sehr unfreundlich, könnte man sagen. Mhm. Ach ja. So. Rotogild ist auch schon die zweite Rude, wo ich dich angele. Woher jetzt Nummer hier? Swagger, ja bitte nicht. The moves like Jagger. Ja, jetzt war es fünfmal. Oh, jetzt kann Mirror Move. Der Mirror Move ist langweilig. Der Mirror Move ist langweilig. Warum? Weil das den Move nachmacht, den der Gegner zuerst eingesetzt hat. Ja, Spiegeltrick halt. Naja. Ein ziemlich schlechter Move. Ne, ich hab nichts dagegen. So, hallo Kegleon. Shiny, super. Ich wollte den zuerst machen, dass ich halt einen Kegleon-Tube vermeiden kann. Bestimmt wird er jetzt nicht hier oben auftauchen, oder? Bloß nicht. Ich muss ja auch erst das andere Kegleon machen, was da unten noch ist. Oh, stimmt. Da hast du recht. Ich hab ganz vergessen, dass das hier da ist. Stimmt, dass das auch beim letzten Mal passiert mit dem Shiny und Normal, glaube ich. Okay, nice. Das sind ja die beiden Brüder aus Mystery Dungeon. Hm. Ich bin gut. Ich bin gut. Hier ist einfach ein Wunder. Ja, wir haben eine Wunder. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich brauche das mal zu halten. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. so ein scheiß nicht mal oder an dich als bruder und schwester heraus ich habe mich auch gerne als mama und vater egal genau eine runde schlafen so ein bullcrap es war knapp als erwartet und wie viel schaden gemacht hat trotz viermal bedrohe ist schon irgendwie heftig was hat er denn angegriffen schlitzer also stepp schlitzer hat gar nicht mal so wenig schaden gemacht auch nach viermal bedrohe hat es immer noch guten schaden gemacht lutex so denn ich muss wohl eingeschlafen sein dass ich mich auf den wellen treiben dieser schläft halt einfach mal im wasser in der typ nicht zu hause nachmachen leute keine gute idee ihr werdet sehr wahrscheinlich sterben ja genau deswegen genau deswegen schaden es war mir jetzt auch keckleon ich glaube es hat das ist ein dupe das ist ein dupe das ist ein bisschen schwerer machen ja wenn es nicht gleich klappt vor allem ja so hier Welche Route war das? Route 120. Achso, ein 18, ein 19. Achso, äh... Ich bräut das hier... ... und das hier war jetzt, aber ich muss das direkt machen. So, 108. Super, Angel! Habt ihr mal ein bisschen mehr geduldet, Meike Mensch? Nein. Heute in Pokémon, morgen die Welt. Zui3216, hi, willkommen im Stream! Moin moin! Wir spielen Pokémon Smaragd Randomizer Nustloks. Exo mit einem... Wie man sieht, Romhack. Der manchmal ein bisschen kaputt geht. Nur ein bisschen. Oh, ups, das war doof. Während ich Vanilla spiele mit gerandomisten wilden Pokémon. Ja klar, ein Nose-Pass, ein Nose-Pass, was plötzlich Spark kann. Und ich bin gerade ein bisschen an Zeit verschwenden, da ich so ein bisschen aufholen muss. Weil ich beim letzten Mal gewiped bin. Genau. Und der versucht halt möglichst schnell nachzuholen, was ziemlich gut klappt bisher. Und... Boink, haha. Im Prinzip schwimme ich gerade nur rum, besiege ich ein paar Trainer, schaue was ich so angeln kann. Weil ich auf der Suche nach einem Blitzer bin. Dem ich leider bisher noch nie begegnet bin. Geht's auch nicht. Alle anderen Evolutions habe ich schon gesehen, aber Blitzer bisher leider nicht. Bisa Sam. Haben auch schon öfter gesehen. Ich habe schon zwei Orten Bisa Sam und zwei Orten Bisa Floor gesehen. Bisa Knosp habe ich auch noch nicht gesehen. Alternativ muss ich an Donnerstein finden, aber ich wüsste nicht, wo ich noch Items finden kann hier. Ich auch nicht, weil sich das tröstet. Floorblatt, hey! Na, eventuell könnte ich im Schiff noch ein paar Items finden. Da habe ich nicht alles so durchgesucht. So ist die Arena soweit geprappt. Gehe ich jetzt kurz Pokémon Center. Gib dann noch kurz ein paar Sonnenbomons aus. Und dann kann es losgehen. Habe ich eigentlich ein höheres Level-Limit? Wow! Wobei ich mich nicht beschweren möchte. Ja. Ops. Das war nicht Heilung. Wieso? Richtig, ne? Es war eher der PC. Es war eher der, ich bin auch angepasst wegen Labados. Was? Ja. Oh Gott. Oh Gott, jetzt bleibt das hier die ganze Zeit so verbuggt. Oh Gott, ey. Viel Spaß. Ja, weit schon. Ich hab den ganzen Rest hier oben gesiegt, also gehört für mich Zeit lassen. Hallo Popito. Hallo. Es ist aber interessant, dass es schon Unterschiede zwischen Macht-Kontakt und Macht-Keinen-Kontakt gab. Ja. Obwohl halt manche Attacken trotzdem speziell und andere physisch sind. Also, Funkensprung ist ja weiterhin speziell, Macht aber schon Kontakt. Während Donnerblitz halt auch speziell ist, aber keinen Kontakt macht. Hm. Kein Wild Charge, kein Wargauf-Recoall-Attacken. Aus eventuell verständlichen Gründen. Ne. Petal Dance. Ja, ja, ja. Ich schlock mich mal in den Move-Fit-Wer-Runden. Ja, ja. Ne, ne. Kann auch bald der Turma fallen lassen, dann kann ich ihm... Also Pflanzen-Attage kann ich auch bald beibringen. Äh, Gigasorger. Und dann... Äh, kann ich ihn nicht mitbauen, weil er bringt... Dann hab ich auch... ...n bisschen mehr... ...Coverage... ...Conch 80... ...75... ...Head-Bud, würd ich sagen, oder? Ja, stimmt, du hast recht. Heißt ja auch physisch und ist stärker, von daher. Ja, und Head-Bud trifft halt nicht sehr effektiv. Ja. So, was meinst du mit sagen? Mit... ...Halt Stahl und sowas nicht, aber mit Knirscher kannst du halt Psycho-Bogmon und Geister gut treffen. So, geht los. Oh. Okay, jetzt mal Struggle. Ja, danke für den Crit. Hier liegt noch ein alter Sprudel. Ja, genau. Mhm. Bulgab. Andresmon. Garados. Du mich auch. So ein Bullshit. Mhm. Stimmt, ich kann nicht nur angeln. Oh. Okay. Ich hab Stats. Ein grünes Psiana. Ja. Ja. Du bist noch nicht so, ich hab' gebrannt und dann zum Schutzgebung. Oh. Ah, spitzt der Fell. Du Bitch. Das ist ja noch mal. Ach ja, klar. Reflect-Warnen rum. Stearyo. Kann ich auch Signale machen, wobei es nur Wasser ist Alles okay Gut, was soll ich es geschafft haben Sehr gut Lady war auch schon der zweite Ort, wo ich dich gangelt habe Hey Dum 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 Nice Dann fehlt jetzt eigentlich nur der Büroberg und äh Die Verstecker Dann bist du wieder bei mir Ja Und das, was du halt schon geschafft hast, muss ich halt auch aufholen Ja, aber das ist ja, wie gesagt, Büroberg, Verstecke und halt der Weg nach Mosbach Hast du die Arena schon gemacht? Nein Also ich habe es leer gemacht, aber noch nicht gemacht Hm Und ich habe halt die ganzen Encounter noch gemacht Die musst du halt theoretisch noch nachholen Weil den Rest, die ganzen Trainer und die ganzen Items Die musst du ja nicht unbedingt alle holen Das stimmt Womit ich jetzt hier meine letzten paar Stunden vertrieben habe Und draußen geht gerade die Welt unter Nice Nur überlegen, ob ich das Ringfit dann mal streamen oder nicht Stream abschwitzen Das wollen wir, das wollen wir alle sehen Ja 85,90 Würde halt von Burka profitieren Deswegen nehmen wir es auch wahrscheinlich Ich kann mir vor, kann ich schon was neu beibringen So Jetzt ist erstmal schon leveltechnisch ein bisschen höher Aber jetzt habe ich ein Mega-Blashing Das ist mir doch noch ein bisschen sicherer Rekro Oh ja, ein Mega kann ich fliegen Ja, ein Mega-Blashing kann fliegen Möcht ich jetzt mal anzweifeln Das ist merkwürdig, ja Ja Ja, ist halt, weil es wieder Megas ist und so Da funktioniert das ja nicht Er hat ja nicht drauf aufgepasst Haben wir doch schon gelernt Stein und so Es hat gegen Pflanze und Kampf Habe ich aber nichts gegen Gift Und gegen Boden hätte ich dann nichts Bescheites Ich glaube, ihr solltest du Stahlflügel drin lassen Ja, das ist die Frage Weil Gegen Gestein und Eis-Pokémon willst du ja ein Mega-E nicht drin lassen Ja So Ach Okay Mehr kann ich erst mit Taucher machen Hm Also wenn man einen Trainer gesehen Äh Ein Item gesehen, meine ich Und Die ganzen Pokémon versucht zu angeln Ein Glitzer, kein Donnerstein Schade, schade Donnerstein, so ein, wie ich habe Hm? Meinst du ein Donnerstein, so wie ein, den ich habe So wie du alle kaufen kannst, ja Wie du kaufen, ja Den einen kannst du finden Hm Und du kannst auch alle kaufen Ja Ich jetzt persönlich nicht so nein Ja, ist auch in Ordnung Mach so jans persönlich Schätzelein Ja, na gut, na wie es geht Oh, ich habe Sonntag liegen lassen Ein Messer holen, brauche ich nicht Kann ich auch später holen Von daher ist das okay Idee für das Abendessen Äh Spinat Ja, Masse ist sowieso nur sechs Sachen im Leben Also du hast gar nicht so gute Idee Da wäre die Frage, was du da hast Ähm Schnitzel Aber wenn du halt so Basis Sachen hast Wäre es mir da geilen Fleisch Wobei, esst du nicht vegetarisch? Ich weiß es nicht mehr Falls du, falls du nicht vegetarisch essen solltest Dann würde ich dir mal eine geile Fleischrolle mit Senf empfehlen Hast du halt Beilage nach Wahl Ich esse sowas ja gerne, äh Klöße Ja, aber Schnitzel ist so Oh, ist das die neue Route, muss ich wissen Äh, wo bist du jetzt? Schon rechts drin? Da, wo die Zäune und so anfangen Äh, mein altes Team Dann baust du dein altes Team nach Ja Solange du es fängst Oh Gott Oh Gott, nein, nein, nein Ist anti-vegetarisch Hör ich mal Klößen hat er nicht Ah Vegetarisch ist Uff, da kenne ich mich leider nicht so gut aus Anti-vegetarisch Achso Schnitzel, immer noch Theoretisch Pff, dann mach die, äh Mach die Hühnerfrikassee Ganz einfach Ja, schon Schnitzel Zu spät Ja, okay Willkommen einen Kluft von Mase, der sechs Sachen isst, die man sich schnell zubereiten kann Und da sagst, uh Wie geschmackst du aus dem Rasten aus? Echt doch Spargel Spargel ist aber nicht anti-vegetarisch Was ist denn mit Spargel? The fuck? Oh Gott, hör nicht auf den Bänger, der zählt ja scheiße Warum? Spargel ist nicht anti-vegetarisch Ja genau, also alles Obstgemüse ist automatisch vegetarisch Ja Das ist nicht, die ja nicht Vegetarier, der das isst Ja, theoretisch ja Das heißt jeder nicht-vegetarier, der isst, ist Vegetarier oder was? Ey Nein, aber Spargel an sich ist vegetarisch Wenn du nur Spargel essen würdest, wär's vegetarisch Okay, wenn du so formulierst, ist besser Aber er hat ja gesagt anti-vegetarisch Also gar keinen vegetarischer, bin ich davon ausgegangen Weil ich immer alles übertreiben will Ah Du warst also wieder quasi lustig Insofern muss er halt quasi Schnitzel mit Fleischbällchen essen als Beilage oder sowas Ich esse alles, was schmeckt, das ist eine gute Einstellung Voll rassistisch Gegen die Sachen, die nicht schmecken Das ist das freie Recht und ist jeden Absolut, ich bin jetzt gefangen Ah, sehr gut Oh, du musst mir über mein Darling Makita zuhören Du kannst einfach die Phrase halten Bitch Der Fake Out Jedes Mal Jedes fucking Mal Oh, ich schau mal kurz weg Nein Oh, der Backspot ist cool Schau mal den an, ey, der ist geil Das Problem ist, diesen Das hört so gut an Ich nenne es mit einem Fleischbällchen Das klingt geil Sag ich jetzt persönlich nicht, nein Hast du einfach mal Hast du einfach mal Einen, äh, 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 ein Fleischstopf Oder was ich gerne, äh, früh gegessen hab Das hab ich in Ungarn zuerst gehabt Das hieß, da hieß es, äh, der kleine Chef Ähm, das war einfach ein, wie eine, äh, Schnitzel wie eine Art Mit einem gebratenen, äh, Kochschinkenstück Und da drüber halt, äh, Rührei Voll geil Oh, der Lightstream ist okay Ach so, weil es zum Teil fähig ist Oh, ganz vergessen Äh Klingt ziemlich trocken Ja, ist auch ziemlich trocken Aber man trinkt ja was dazu Das ist ja nicht das Problem Wenn man in der Gaststätte ist, trinkt man ja halt da Und es fällt dazu Oder, keine Ahnung, Wasser oder was auch immer Oder man liebt einfach das Leben Ja, oder man trocknet einfach aus Und sagt sich, fuck it Schnell, so Fleischbärchen Machst du dazu einfach eine gute Soße Soll ich eine Schnitzelssoße Nee, er meint ja jetzt, glaub ich, bei dem kleinen Chef Mit dem, äh, Ei Ach so Dingens und Dingens Vor allem, äh, ich würd's halt nicht Ich würd's halt nicht mit Rührei machen Sondern mit Spiegei Aber, hey, das meinst du nicht Geht auch, ja Wenn's halt um Ei geht, bevorzuge Spiegei Und dann sind wir ja Gourmet hin oder her Auch ein Gourmet kann einfaches Essen, äh, genießen Essen, die kleinen Dinge Das hab ich grad in einen Mehtang, äh, Blaziken reingewechselt Eventuell Warum auch nicht Naja, weil Psycho-Attacken Ja, aber Feuer-Attacken Ja Hallo, Glumanda Tö-tö So, jetzt nochmal auf Level 40 Und von Max Reweaver Hey, ich kann mir Geld machen Oh, es ist Honandaise Honandaise Ist nichts Also, ich esse es auch Ich esse generell vieles Aber halt, Soße von Honandaise Ist bei mir Ein bisschen weiter unten Ess ich vor allem eigentlich nur mit Nudeln Ich weiß ehrlich gesagt Gerade gar nicht mal Was das für eine Soße ist Das war so eine Sahnersauce Mit Schnitzelstücken drinne Und eine weiße? Hm Oder war das diese weiß-gelbe mit Kräutern drinne Ich verwechsel mal die beiden, glaube ich Keine Ahnung Ja, du wirst das jetzt sowieso nicht wissen Mister Ich kenn's echt Speisen auf der Welt Ähm Was ich gerne früher in der Schule gerne gegessen hab Da gab's immer, äh In meiner Grundschule gab's Königsberger Klopse Die hatten da so eine coole Soße dazu Aber ich konnte das Zeug nie essen Wenn es irgendwer anders gemacht hat Weil es hat nur in meiner Schule hat mir das geschmeckt Hm Das ist echt schade Das fand ich damals echt cool Jetzt sehr gut geschmeckt Schutzbomb So, jetzt fehlt noch Gigasauger Und dann ist eigentlich ein Mooset für Dieser Flosser ziemlich fertig Hm Was ich auch geil finde, ist Jägerschnitze Ich hab gerne, wie viele leckere, geile Waren Oh, fuck Zu weit gelaufen Na gut Ehen Torn Warum kennst du eigentlich nicht gegen dir, Trainer? Weil Level Und ich mach jetzt mal Und ich mach jetzt mal Und ich mach jetzt erstmal noch einen Counter so einen Scheiß Und ich will aufholen Ja, aber Level ist trotzdem noch 42 Und du warst beim letzten Kampf ein bisschen unterlevelt Wo du geweiht bist Ja, nur was Für so habe ich jetzt auch Sonne-Babons Stimmt Von daher Da ist auch wieder recht So Merl Hollandaise Eigentlich nur Butter und Eigelb Aha Oh, was man auch bauen kann Ich kenne halt diese weiße Soße von Knorr Wo ich mir auch immer diese Fertigsoße hole Oh Gott, Nuss Ich glaube, die habe ich auch noch gerne gegessen Ich esse ja wirklich fast keine Nüsse Kannst du dich mitjagen, Mann Was ich zum Beispiel mal mir gemacht habe Einmal im Leben Das war halt Du hast Reis in der Pfanne Machst ein bisschen Butterrande Und machst dann mehrere Eier rein Und dadurch saugt sich halt der Reis damit voll Und dann kannst du halt dazu noch irgendwas machen Irgendwie so Fleischschreifen oder sowas Und wenn du das willst Mhm Aber ja, das fand ich sehr geil Hat ultra geil geschmeckt Aber es ist halt ein bisschen nervig zu machen Vor allem wenn du eine große Portion haben willst Du brauchst eine große Pfanne Und damit zu wenden Das geht auf Mar So, Gigadrain Oh, Hans könnte Gigadrain lernen Hm Ja Klingt gar nicht so schlecht Hätte ich was kriegen Was, äh Auch wieder gegen Gestein und so Mhm So was besser als gegen Gestein als Stahlflügel Ja, ist doch schon weg Ja, ich meine jetzt nur so theoretisch Was könnte ich da jetzt wegmachen, ist die Frage Also Flying ist halt sowieso Flugstab Da ich auch was gegen Kampf hab und so'n Scheiß Von Pflanze Ähm Psychic ist halt für... Also auch Giftkampf eigentlich Kann du angeln? Ich weiß es gar nicht mehr Ich glaube ich kann Psychokinese wegmachen Barbeide ist halt Stab auch gegen Psycho und so'n Kram Im Namen her kenn ich Langosch, aber ich hab grad keine Ahnung was es ist Und ich werd's halt nicht essen Wie gesagt, ich bin der schlechteste Ansprechpartner, wenn's ums Essen geht Ja, wie war Marse ist so sechs Sachen auf der Welt und das war's Ähm, ich hab aber auch keine Ahnung was Langosch ist, also das hab ich auch bisher noch nie gehört Ich glaub es war so'n ungarisches Ähm, Mix-Ge-Zeugs Da ist ziemlich viel drin, aber genau was weiß ich auch nicht mehr Mix-Ge-Ihm Das ist eigentlich ein japanischer Hot-Pot Hotsch-Potsch Wo man alles reinschmeißt So, nächster Encounter Wenn ich jetzt mal so geschwächt kriege Ja, und das Problem, Steven, dabei ist Ich esse weder Knoblauch, noch ne Knoblauchsoße Noch esse ich Frühlingszwiebeln Schon ist es wieder raus Okay, Frühlingszwiebeln Okay, Frühlingszwiebeln ist halt bei mir so Oh nein, es kann nur struggle Warum? Oh mein, komm die Scheißfiecher immer Ich drück sofort X Ähm, es kann bei mir nur struggle Also C jetzt wird So Also ich könnte das TM theoretisch beibringen Ich meine, du könntest das Fangen und die M's schauen, was da einige Gute Ja Und wenn es halt nichts Gescheites werden kann, dann kannst du immer noch sagen, gut, dann nicht Hm Und halt aber erstmal schaut, ob es denn überhaupt was kann Ja Oh, hi, Raikou Das ist schon fast Blitzer Lass dich da fangen So knapp So knapp Wolltest du es Fangen? Nein Achso, achso, wegen, achso Weil es halt fast Blitzer ist Oh, wenn ich es gefangen kriege Liebzwiebeln hätte doch nicht die beste Wahl Bei mir ist einiges verkehrt, aber das liegt daran, dass ich äh Kindheitstrauma wegen Essen hab Und ich deswegen sehr, sehr schlecht neue Sachen ausprobieren will Also ich bin Das war mit Liebzwiebeln Habe es gefangen Mit dem letzten Ball möglich Da ist jetzt auch mal mein Maser-Moment Danke ähm ich weiß nicht, was verpasst und es gibt auch viele Sachen, die sehr gut aussehen aber ich kann es einfach nicht essen teilweise und sobald ich Sachen esse, die mir nicht schmecken kommt mir ein Wirkreflex rauch also, deswegen probiere ich halt auch nichts Neues aus also, wenn ich was Neues ausprobiere und mir das dann nicht schmeckt kann ich es nicht weiter essen physisch, beziehungsweise vielleicht eher mental ist, aber ich kann es einfach nicht weiter essen, weil ich sonst auf den Tisch kotzen würde und deswegen probiere ich nicht gerne neue Sachen aus, weil neue Sachen ausprobieren würde heißen es mir entweder selber zu kochen was bedeuten würde, ich müsste den Rest dann wegschmeißen oder es mir irgendwo bestellen was auch wieder heißen würde, ich müsste was Geld ausgeben dafür und das ist natürlich auch blöd weil ihr dann müsstet den Rest auch wieder wegschmeißen und sagen hey, guck mal, ich habe bei euch was bestellt und dann wäre ich es weg deswegen bleibe ich lieber bei denselben Gerichten, die ich jeden Tag esse gefühlt und bin einfach glücklich, weil ich nichts anderes brauche ja das ist halt mein Problem ich esse eher gerne Dinge ich esse auch gerne Dinge halt nur nicht vieles ich esse auch gerne verschiedene Dinge es gibt auch Sachen, die ich natürlich auch nicht esse es gibt auch Dinge, mit denen du kannst mich jagen oder halt es gibt manche Dinge, die ich zum Beispiel nur in gewisser Verarbeitung esse Zwiebeln und Tomaten zum Beispiel die esse ich roh nicht, die esse ich gegrillt nicht und halt auch so ultra Stückchen in irgendeinem Gericht esse ich es halt auch nicht aber halt Zwiebeln gehören halt Halleluja Zwiebeln, das klingt wie Halleluja, fällt mir gerade ein Zwiebeln zum Beispiel, das gehört in viele Gerichte rein und wenn es dann klein genug geschnitten und halt ordentlich ausgekocht ist dann hat es halt eine weiche Konsistenz und schmeckt halt nicht nach Zwiebel wenn ich reinbeiße aber es gibt halt Essen, dann den unikaten Geschmack Ballonese ist so das Hauptbeispiel für mich Nudeln mit Tomatensoße mache ich auch immer Zwiebeln ran ich siebe die dann halt für mich selber danach raus mach ohne dass ich den Geschmack drin habe mach ohne Zwiebeln also Tomatensoße machen wir nie mit Zwiebeln wenn denn Ballonese also ich mach's mit Zwiebeln ich mach's gut und zum Beispiel habe ich eine Sache, die ich sehr gerne esse halt auf Burgern zum Beispiel mag ich Zwiebeln auch nicht außer dass ein Röstzwiebeln so ein bisschen in der Soße eingelegt das ist ultra geil oh ja naja die Sache ist halt die Geschmäcker vermischen sich und geben ihnen einen unikaten Geschmack Ballonese also eventuell schmeckt es bei dir nur nach Zwiebeln keine Ahnung aber halt du beißt wenn ich halt andere Gerichte habe wo frische Zwiebeln drin ist und ich beiß sie rauf und die läuft die Zwiebel ist ja gerne auch mal feucht dann läuft sie raus und du hast einfach nur Zwiebeln dann in diesem Geschmacksbereich und das schmeckt mir halt nicht aber bei so einer Ballonese da bei ich auf eine Zwiebeln da kommt nicht ein Zwiebelgeschmacksvieh in meinem Mund sondern schmeckt einfach wie der Teil der Bronese Zwiebelgeschmacksviasko alles klar ja das Schlimmste was jemals äh nicht verarbeitetes Gericht war bei mir war äh gegräte Tomate alter Schwede musste ich kotzen also ich hab nicht gekotzt aber das Gefühl war da hallo kann allein die Konsistenz von Zwiebeln nicht ähm selbst wenn die noch klein geschnitten sind sobald ich irgendwie auf eine Zwiebelzaubeiße kommt dieses Geknatsche und das merke ich und äh dann kann ich es nicht mehr weiter essen wo wir wieder bei dem Problem sind dass ich sobald ich weiß dass ich irgendwas drin hab was ich nicht essen kann kann ich es nicht mehr essen weil sonst sieht der Tisch danach nicht mehr ganz so nett aus also das ist was psychologisches verstehen okay ich hab äh noch was gefangen von damals die Trophy ja das ist ja der wird die gleiche bei uns machen ja ja du mann da hey wenn ich nicht Sabotus gehabt hätte ich gut Team switchen können naja hätte ich hätte ich wenn ich mal einen shiny finden würde irgendwann mal in einer unserer Challenges weil dann hätte ich dann hätte ich dann hätte ich blaziken und ja mega blicken hätte dafür äh ich denke meinen Nährstoffhaushalt so in dem ich nicht darauf achte ich hab keine Ahnung wahrscheinlich wenn ich mal irgendwie so einen Abstrich machen würde oder so dann würden mir wahrscheinlich einfach alles fehlen keine Ahnung vermutlich ich esse überhaupt nicht ausgeglichen ich bin wahrscheinlich komplett ungesund was mein Essen angeht aber ich lebe mir geht's gut da ja keine Ahnung gibt momentan keinen Grund was zu ändern eventuell hab ich mal irgendwann Probleme damit aber das hab ich halt dann wir haben gestern auch ziemlich krass gegessen beim Junggesenn Abschied hatten zuerst ne Sushi Platte das war sehr geil und dann haben wir uns später noch weil wir einfach ey Stungen hatten das waren wirklich viele Stunden die wir verbracht haben haben wir dann noch äh uns Burger bestellt statt einfach ein äh 1000 eine Nacht Burger der hat einfach mal drei Schichten Fleisch und da drauf noch Sushi und Sushi und so es war richtig geil fand ich fand ich richtig gut hat mir sehr gefallen so Der jetzt hat einfach fucking Haze. Was? Was ein Bullshit, man. Die haben sich halt darauf vorbereitet. Lassen sich halt nicht so einfach sweepen. Ah! Omnibus, let's go! Oh, Weimar, perfekt. Go, Draen. Glaub sie haben wir auch schon mal gehabt. Jo, das war eigentlich ein mega sweep. Hey, wenn es weiterentwickelt ist, dann ist es gar nicht so schlecht. Ich sollte sie wieder von Ranz um benennen. Naja. Ich muss jetzt sagen, bei der Sushi-Platte... Oh, das kann ich einfach jetzt mal machen. Von Sushi schmeckt mir das meiste. Aber da hatten wir dann was Neues. Das eine war halt so Sushi mit Sesam-Mantelung. Und das war mir einfach zu viel Sesam, muss ich sagen. Das hat ihm halt eine, halt mehr so körnig-sandige Konsistenz gegeben. Da war ich jetzt nicht so der größte Fan von. Was ja okay ist, man muss ja nicht gleich bei einem so ausrasten. Und das andere war halt so... Knossen-Aquana, what? Das ist jetzt der dritte Ort, wo ich ein Aquana finde. Und das andere war halt mit so einer Schnittlauch-Ummantelung. Das war halt dann... Nicht so geil. Gib mir doch endlich mal eine Pizza. Muss ich dann mal sagen. Nein, 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 nicht BPA. Ich kann mir Storokiss machen, ey. Mit irgendwelchen anderen tauschen man sonst auch. Storokiss ist ganz gut. Schnittlauch ist bei mir aber auch generell sowas, was ich nicht so gerne esse. Bin mehr ein Fan von Basilikum. Muss ich sagen. Ich mag Basilikum mehr von der Konsistenz. Und ich finde es gibt einen besseren Geschmack als halt Schnittlauch. Aber hey, ist ja nur einer von vielen Geschmäckern. Hallo Mewtwo. Ist ja nur einer von vielen Geschmäckern. Hätte ich mal damals gangelt hier. Hm. Und jetzt mal gefangen kriegen. Mewtwo die zweite. Ja. Wobei das wäre nichts einfacher gewesen wäre. Weil ich hatte was zum Schlafen. Das 4 ist nur Level 6. Weil es von der normalen Angel kam. Ja. Wäre es auf jeden Fall besser gewesen, weil es nicht ungefähr dasselbe Level hatte wie ich. Ja, aber dann kannst du nur Kompression. Glaube ich. Ja, das ist in Ordnung. Macht Schaden. Ja. Ja. Ja, ist Basilikum auch. Danke. Ich esse viel Gesundes. Ich bin jetzt nicht nur irgendein Fastfood Junkie oder so. Ich habe quasi fast... Nichts Gesundes. Was? Ich esse nichts Gesundes. Ja, das wissen wir. Nein. Ich achte auch auf mein... halt darauf was und wie viel ich esse. Beispielsweise was halt Zucker angeht. Also halt ganz drauf verzichten ist halt... Uff. Vor allem wenn es jemand der viel Sport macht. Irgendeinen Energieträger brauchst du halt. Ähm. Aber... Ja. Sonst esse ich dann halt nicht irgendwie... Keine Ahnung. Drei Torten Zucker am Tag. Würde ich machen. Mhm. Ja, genau. Welche Torte? Schnitzeltorte oder so? Was anderes kannst du nicht essen? Ja, eine normale Schokotorte halt. Mhm. Mhm. Ich kann mir nicht viel verkehrt machen mit Schoko und Sahne. Was? Gerst... Gerstengras ist ein guter Magnesian- und Eisendeferant. Weißt du sowas? Ich habe keine Ahnung was Gerstengras ist. Muss ich dann jetzt hier mal leider gerade sagen. Saun... Warum jedes Mal mit Soundproof, Mann? Kannst du mal fucking Static haben? Naja. Oh, Lightning Rod. Das ist gut. Könntest du richtig weiterentwickeln und mitnehmen? Uuuh... Shell Amour... Krorophil... Ja, schon wenn man denkt... Sandwild... Der Surve bin ich hier noch nicht... Und der Zwarm. Es ist warm! Ja, Swarm! Die hat Swarm. Keker Stahl... Solltest du ja trotzdem erstmal die Moves anschauen, die Xerox lernen kann. Ja, ist die Frage, ob er halt überhaupt TMs lernen kann. Ja, genau. Weil ansonsten kannst du ja gleich nochmal Neues fangen. Ja. Normale Xerox zum Beispiel. Aber halt, ich esse dezent mehr, als ich nicht esse, sagen wir so. Ich weiß, was Gerste ist, aber Gerstengras sagt mir jetzt gerade nichts vom Namen her. Das ist krass von der Gerste. Wahnsinn, Marcel. Ja. Kannst du nur so schlau sein. An die Ruhe. Wingen gar nicht mehr. Die Grashamme von der Gerste. Ich hab keine Ahnung, ob ich das jemals hatte. Ich muss da gerade mal sagen, keine Ahnung, ob ich das schon mal hatte oder nicht. Mit Glutec gab es hier auch. Okay. Ich hätte auch hier einen Glutecso haben können. Ist ja auch schade. Ich hätte auch hier einen Dodo bekommen haben stattdessen. Oh. Ich habe noch eine ganz schlimme Vermutung. Welche da wäre? Weil Mega Xerox macht den Sound von Dodri. Dass er das Dodri-Move-Set nun kann. Also müsst ihr natürlich dann fliegen lernen. Kämpfe uns gut für den Blutkreislauf. Auf dem Kreislauf habe ich keine Probleme. Ich glaube, da hatte ich noch nie Probleme mit. Ich bin sehr Arnett. Was sehr verwunderlich ist. Ja. Ich glaube, es kommt einfach davon, dass ich immer so viel Sport gemacht habe. Deswegen hat mein Körper den ganzen Scheiß-Trecke mal ganz gut abbauen können. Nee, ich kann es nicht lernen. Okay, dann hat es ein eigenes Moveset. Aber ja. Das ist jetzt halt natürlich quasi nicht sehr existent. Was kannst du theoretisch lernen als Xerox? Irgendwie der Gummander, ey. Das ist jetzt auch schon wieder der dritte Ort, wo ich einen Gummander finde. Jetzt seh ich jetzt gerade kurz nicht tief, weil ich was nachschauen muss. Ich hatte schon so ein paar Probleme damit, seitdem ist er besser. Ja, es ergibt dann noch Sinn. Also ich habe halt mal mit dem Magen, wenn er halt irgendwie was verdaut und dann halt irgendwie die Verdauung ein bisschen länger braucht, dann sagt mir halt mein Körper, hey, ich brauche da noch einen Moment. Aber ich hatte halt irgendwie so quasi Krämpfe von irgendwer, wo ich es nicht selber nachverfolgen konnte. Ich hatte als Kind nur mal Probleme mit, dass ich nicht genug getrunken habe. Da hatte ich dann mit Blut im Stuhl gegangen, da musste mir Flüssigkeit zugeführt werden. War nicht schön. Romantisch. Da wurde mir ein Schlauch durch die Nase reingesteckt zwischen dem Magen. War sehr merkwürdig. So, lernst du jetzt Schlitzer? Ja, okay, er lernt Movesets. Das heißt, leider hat Metallklauber verloren. Patronieb. Also Patronieb ist in Level 1-Attacke. Eisenschädel soll ja von selber aus lernen. Auf Level 54 hier als TM geht es ja jetzt leider nicht. Okay. Das heißt, Klingsturm, Eisenabwehr, Holzschere, Nachtrieb. Mir wurde halt da über diesen Schlauch dann Flüssigkeit reingefügt und ich musste halt sehr oft sehr flüssig... Ja, danke. Ne? Also, hm. Es war keine schöne Zeit im Krankenhaus. Und überhaupt diesen Schlauch da reingesteckt zu bekommen, das war... Ich habe mich da gewehrt wie sonst was. Ich musste mich mit vier Leuten festhalten, weil ich mir das Scheißding immer wieder rausziehen wollte. Hast du das Stock im Arsch oder was? Ne. Ähm. Ich hatte zum Glück noch nie ein Krankenhaus. Ich habe mich schon oft genug schlimm genug verletzt, aber ich war wegen all dem noch nie im Krankenhaus. Ich war mit meinem Knie zuletzt im Krankenhaus und früh als Kind hatte ich halt öfters mal ein paar Probleme mit allen möglichen verschiedenen Sachen. Blinddarm und so ein Blödsinn halt. Das wäre jetzt... Das wäre jetzt mein Movesets momentan. Und später halt Level-Up-Sache. Ja. Geht. Ich glaube, ich bleibe bei Jan Mega, weil ich auch dann was gegen Boden habe. Würde ich jetzt mal so sagen, persönlich. Hey, apropos on the topic of Xerox. Ja. Oh, ich könnte mir jetzt Drache-Gestein ins Team holen, wenn ich denn für irgendwas ablegen wollen würde. Welche Frage war? Ich bin mit den Gedanken für ein Tor abzulegen. Wobei, dann kriege ich eine Kampffschwäche für eine Kampffschwäche. Kampf auf Drache ist ja neutral. Du hast halt nichts Direktes mehr gegen Drachen. Na doch. Ich habe Bugo mit Eisattacken zum Beispiel. Der kann ja auch Eisstreuern, von daher... Na dann. Ich bin mir nicht sicher. Jan Mega ist halt was gegen Boden. Wenn ich Lavados gehabt hätte, wenn ich Lavados hätte, dann wäre das viel besser. Das Problem mit Jan Mega und Lavados ist sowieso das Problem, dass beide gegen Gesteinsattacken, die viele Boden-Pokémon können, ebenfalls ziemlich scheiße aussehen. Ja, aber ich hätte dann halt Jan Mega und Blazing abgelegt, hätte Lavados damit gehabt, zum Beispiel wenn ich dann jemand hätte, der fliegen kann, hätte dann halt Feuerflug abgedeckt, also auch was gegen Boden. Ja, aber wie gesagt, wenn du da halt gegen Boden-Pokémon kämpfst, ähm, kann es halt gut sein, dass das auch Gesteinsattacken kann und dann dein Lavados insta-weck killt. Deswegen meine ich jetzt nur, da solltest du halt schauen. Also Jan Mega ist nicht eine sehr gute Option gegen Boden direkt, weil es eine vierfach Schwäche gegen Gestein hat. Ja, aber ich hab ja halt nichts Gescheiteres. Ich hab ja jetzt sonst nichts, was fliegt. Ist halt leider alles ein bisschen populanzig mit den Encountern, man. Halt ohne Sprung und hab ich auch nur ein einziges, sonst ist es halt ein Anular Rattika, du, uh, stopp die Presse. Gab's, glaub ich, nichts mehr? Ist halt einfach echt scheiße. Ja, ich sehe den Stuhl-Emoji zumindest, weil ich so weiß es nicht, da hat man irgendwie eine große Sache mit seinen... Ja, manche Emoji sehe ich dann einfach nicht, aber ja, den Stuhl sehe ich, also ich sehe halt einen Stuhl und einen N. Wegen Stuhlgang oder was? Ha, 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 ha. Ja, wegen Stuhlen, hm. Du hast das erzählt, du hättest dir das jetzt nicht in der Öffentlichkeit treibend. Ich hab damit auch kein Problem. Noch nicht. Ich kann auch gleich was in Segrasol empfangen. Fett mir gerade ein. Vor allem nicht nur sehr flüssig, sondern ziemlich häufig auch. Haben wir das Thema jetzt fertig? Ich hab da extra so einen Stuhl neben meinem Bett, wo ein Eimer dran war. Super. Das ist eine Geschichte. Weil ich mit dem Schlauch in meiner Nase... Ja, reicht doch, Mann! Nein! Für keinen ist das ein absolut ekelhaftes Thema, Mann! Goddammit, ey! Sonst kannst du bei deinen Solo-Streams machen, ey! Das ist ein medizinisches Thema. Ist mir doch fucking egal, ob es medizinisches ist! Könnt' ich keinen größeren Fick geben! Okay. So. Magst du anbeißen? Nein. Goddammit. Nee, so nur ein Eimer war es nicht. So, Safari-Zona. Wul-Nona. Hi. Oh, es ist Shiny. Es ist Shiny. Es ist Shiny. Shiny, Nico. Äh, 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 äh... ...neh-Ein-Anderes-Teil. Nein, du bist in der Höhle gestorben, deswegen bist du kein Dube in meiner Höhle. Das ist kein Shiny. Das hat einfach nur eine andere Farbe. Ja, das ist einfach eine normale Farbe. Ein Shiny ist auch eine normale Farbe, aber ja. Ey. Das Problem ist, wie oft ich jetzt diese... Ich habe falten, dass deine Fähigkeiten nicht hatten. Wie dürfte ich jetzt einfach diese Doppeldupe-Dinger mich jetzt hier in diesem Part verfolgen, Mann? Ja, mich doch aber auch, siehst du ja. Drei Glumandas, zig Bisa Floors, ein paar Bisa Samen. Oh, hey, ich hätte einen Circuitry haben können. Einen Botogill zweimal gesehen. Aber nein. Das sollte nicht sein. Stattdessen, stattdessen, ja, ein Mon von einer Qualität. Ich meine, das ist ganz cool, aber halt nur mit seiner Fähigkeit. Das ist ein Problem, weil er hat dabei. Bei was? Beim Minior. Seine Fähigkeit ist ganz cool. Das Ding kann ziemlich hart sweepen. Und wegen jetzt gerade noch Mal schafft vergessen, den ich gefangen habe. Und das Minior. Das Gesteinspokon, das ich gerade gefangen habe. Ja, ist halt die Frage, was stattdessen er hat. Ja. Hatsge. Dadurch, dass es halt in seiner ersten Form saurohe Verteidigungspunkte hat, kannst du halt relativ sicher Hausbruch machen. Und dann, sobald du in die andere Form reingehst, bist du ultra schnell. Ich weiß, dass es das macht, aber ist halt hier die Frage. Ich habe vergessen, dass es das hier gab, ey. Tja. So ist es denn Gen 8 halt nicht mehr gibt, das Ding. Das zorgt ja scheinbar von der Qualität. Es gibt ja viele andere Pokémon in Gen 8 nicht mehr. Oh. Jetzt ist der Koffing. Ich habe gerne das Pokémon nicht, dass Game Freak gesagt hat, hey, wir stecken dich nicht in Gala. Aber... ...versetzen lassen wir wieder die ganzen anderen Legends rein. Damit das Metagame sich so aufschüttet. Hust, 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 hust. Hat's MockMock Schwebe? Nee, ne? Äh, es kann Schwebe haben, ja. Oh. Ich glaube, es muss sogar hier Schwebe haben. Ich glaube, das andere kam erst später. Ich habe den 7, wer weiß. Ich kann aber jetzt schon was im Ackerversteck fangen, oder? Im Ackerversteck gibt es nichts. Nichts? Äh, Stealing Count, da war ja was. Ja. Wip. Ah. Ein wenig Unerstand. Ja genau, hier gab es neue Nebulaks beim Angeln. Nebulaks! Mit der normalen Angel. Profi-Angel! Sieh mir einen Blitzer an Land. I don't think I will. Du bist ja eigentlich Profi-Angel. Hm. So, wieder Pokémon eintragen hier. So, kuck dir da. Und Rotor hat 21. Ist... Was soll? Ich wollte vielleicht Gingga mitnehmen. Einfach alle Pokémon mit Raub... Mit Raub killen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendein Pokémon Donnerstein trägt. Theoretisch. Aber es ist ja die Frage, was trägt. Hast du dir nicht einen Spoiler-Log für sowas erstellen lassen? Nein. Das kannst du theoretisch machen. Der haben wir... Der würde mal sagen Pech gehabt. Sehr langweilig. Naja. Das stimmt, aber... Das ist ja auch in Ordnung so. Aber Pech gehabt. Das ist ja auch in Ordnung so. Ich würde ja jetzt gar nicht so hart nach dem Blitzer suchen, wenn du nicht... So weit hinten gerade wärst. Ja, tut mir ja leid. Nee. Ich meine ja jetzt nur so allgemein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in jedem Spiel danach einen Blitzer suchen soll, nur weil ich diese Regel drin habe. Wenn ich halt mal eins finde, dann finde ich halt eins. Und das ist halt jetzt einfach nur der, der mir einfällt. Es hat als Fischkeitschiert-Test und es hat Defensivwerte, keine Offensivwerte. War das gerade eine Kartoffel? Was meinst du? Was? Das Mino? Ja, es soll ein Sternstück sein. Also Stollers. Das Pokémon-Mars, das war ein Libiskus, war da. Als letztes, wenn du das meintest. So, 124 kommt ja noch. Warte, äh... Ich kann mal kurz runtergehen. Findest du nicht? So, jetzt kann ich wieder... Jetzt kann ich wieder Stevens-Waterbares-Gesicht sehen. Nein. Oh, Lex. Äh, wo war's denn? Ich hab schon viele Gen-3-Pokémon gesehen. Das nur ein Gesicht ist? Meint der Nasknet? Nee, nee, er hat ja bei mir gesagt. Ich hab keinen Nasknet gesehen. Hier, das da. Das ist Libiskus, ja. Ein Wasser-Pokémon, das Herzschuppen trägt. Hm. Und ansonsten sehr nutzlos ist. Ja. Aber halt immerhin eine Nische hat mit Herzschuppen fahren. Ja. Außer macht sowas wie Klon-Ditch oder so. Das ist auch kein Blitzer. Das stimmt. Ah, ups. Inga, du bist auch kein Blitzer. Man's glaubt oder nicht? Es gibt noch irgendwas. Angeltilo hat schon mal den richtigen Typen. Das ist ein richtiger Ersttypen. Ich hab auch schon einen Quiekel geangelt. Ja, ich will so langsam meinen Pokédex immer weiter. Aber einen Blitzer find ich nirgends. Traurig, traurig. Ach, die waren zum Teil fehl. Das war heute sehr risky. Ich vergesse jedes Mal, Mann. Adrian will hier weh auch nicht kämpfen, ne? Nee. Gut. Kämpfen erst alle in ihrem Speck dann. Nee, nicht mal. Adrian, der Speck, ja. Puh, ich mir jetzt spukt, weil... Hab ich da Lust zu eigentlich nicht. Ich find sowieso, dass Saphir als Story mehr Sinn ergibt. Weil man's halt leider hier nicht gescheit ungemünzt hat, leider. Weil Saphir ist halt das Ganze mit dem Versteck an der Küste, mit der Tiefseeinsel und da ist dann Kaiogre. Und das passt halt irgendwie nicht so auf Team Magma und Graudon. Deswegen find ich das Magma-Versteck hier in der Version auch ganz gut eigentlich, dass es dann da ist. Aber, ja. Kann sein, dass wir's machen wollten und einfach nicht die Zeit haben. Ja. Und das dann halt in einem anderen Ort eingebaut haben. Hm. Achso, ja genau. Hier war Rayquaza mit der Angel. Ich vergaß. Super Angel. Die hatte ich da noch nicht. Jetzt kann ich noch gucken, ob was anderes kommt. Na, lass ich schon an Land ziehen hier. Chillock haben wir auch schon mal gehabt. Haben wir sogar gefangen. Jetzt müssen wir gleich schauen, wie viele Pokémon ich inzwischen schon gesehen hab. Hey, ein Aquana. Hm. Ein totes Aquana. Wie meins. Bestimmt ist er gestorben, oder was? Hm. Auch ein berichteten Spiegel-Cape, leider. Besucher. Ariyama. Okay, oh. Okay. 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 Könnte den letzten Trümmerer Stein irgendwo. Vielleicht mag da ja ein Blitzer irgendwo sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Einer Moboso ist kein Blitzer. So. Hier können wir noch hin zum Watzna. Weiter rein können wir nicht. Aber das ist in Ordnung. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Auch ein Stollos. Das haben wir gerade eben auch erst geangelt. Da ist auch Stollos. Es gibt zwei Orte, wo du sein kannst. Skyflam auch gerade eben erst geangelt. Auf derselben Route. Mit Ditto könnte ich meinen Evoli züchten. Da ich immer noch keinen Donnerstein habe, bringt mir das nichts. Nein, jetzt habe ich... Nein. Natürlich. Was? Was war wir jetzt? Conchus Ray. Alles gut. Aber die falsche Sache war sowieso nicht so weit, weil... Conchus Ray. Ich habe gerade ein Pogo mal entkommen lassen, weil ich dachte, bei dir wäre jetzt irgendwas passiert. Oh, passiert. Passiert. Ich habe jetzt auch keinen Blitzer. Ach, genau da, wenn ich losgehe, dummer Schlampe. Okay, den kann man auch noch nicht weggehen. Shadow Ball. Kann so ein Beispiel auch, ähm, Jan Mega lernen. Starmy, okay. Ja, darf ich mal Spack, was ist weg oder weit? Stark ja nur, zum Beispiel. Weiß gar nicht, wer sonst noch lernen kann aus deinem Team. Fündung Tor kannst du eventuell lernen. Hm, kann nicht Signet Beam verwenden auch, I guess. Statt Signet Beam halt. Immo Ride. Nee, danke. Und die Profi-Angle, Empolion und Machomai. Hab ich auch den letzten schönes Mien gesehen, was eigentlich ganz interessant ist. Wenn du mal Gen 4 anschaust, jeder Starter kann dem anderen Starter irgendwie sehr effektiv treffen mit einem Step. Oh, Spezialgriff ist ja deutlich höher als der physische. Ja. Ja gut, dass ich Akrobatik sah, boi. Ja, bin ja nicht. Ja. Mit Polion kann mit Eisstrahl, ähm, Torterra komplett niedermachen, mit Surfer kann es Panferno niedermachen, Panferno kann halt mit Feuer und Kampf beide niedermachen und Torterra kann auch mit Erdbeben beide anderen niedermachen. Das letzte ist Logok aus Gen 3. Das, was Exo hat. Polion, Machomai, Logok, ja. Der Weiterentwicklung von Flimli. Oh, hier gibt's ein superer Felsen-Moment. Kein Juice hier. Cool. Ach, perfekt den Repay gehabt hier. So, dann, ja, dann hol ich mir kurz mal Herzschuppen-Gedöns, I guess, damit ich, äh, Jan-Mega hoffentlich Luftschnitt beibringen kann, falls das kann. Ah, nee, er hat mir nicht schon, dass ich das nicht lernen kann. Nein. Nur Night Slash. Das weiß ich nicht. Wenn, dann weißt das nur du. Ich weiß es nicht. Wenn, da ich jetzt fliegen kann, kann ich das ja nachschauen. Muss ja sowieso, äh, woanders hinfliegen, von daher. Hm. Und hinterher. Ich bin einsamer, muss ich hier den Trainer reinlaufen. Weil es sind viele Pokémons, weil es Pokémon ist und es gibt ganz viele Pokétuber. Das, vor allem vor ein paar Jahren war das halt, äh, je nach Standpunkt besser oder schlechter, äh, als wir, so, so eine riesen, äh, nicht rechne Song ist ja dabei, sondern einen riesen Umschwung hatten an, äh, Content, wo viele, wirklich sehr, sehr viele Leute, ähm, dann angefangen haben, äh, primär Pokémon-Contents zu machen. Das war, äh, mit Speedrunnern ist das höher gestiegen, dann hatten wir, äh, Competitore auch einen gewissen Schwung. Dann gab es, äh, mit Generation 6, 7 die ganzen Züchter, was richtig Anklang gefunden hat. Und jetzt, äh, weil ich gerade nicht immer sehr stammt dafür ist. Ich glaube, jetzt hast du halt die, die, vor allem die ganzen Nase locker und so, die auch mehr an, äh, Prestige gewinnen. Pokémon Snap läuft momentan wieder sehr viel. Hm, meinst du, Blaziken kann fliegen lernen? Was meinst du? Nee. Das New Pokémon Snap ist momentan wieder sehr beliebt. Und sieht auch sehr gut aus, muss man zugeben. Wenn man Pokémon Snap einigermaßen, äh, leiden kann, das System dahinter. Schöne Bildchen schießen von Pokémon. Bring ich jetzt einfach Mega Blaziken. Es ist aber eigentlich gesagt, dass ich nicht mehr drauf achte, wer was lernen kann, wer nicht, weil ich da zu voll bin. Hm. Du kannst sagen, war dir das nicht sowieso egal, du hast ja gesagt, wer was lernen kann, kann es lernen. Ja. Wenn du deinem Blaziken unbedingt fliegen beibringen willst, dann kannst du das tun. Ja, manchst halt auch mal fliegen, dann macht wahrscheinlich den Schaufler weg. Ich meine, der kann so hoch springen, der kann auch gleich fliegen. Ja. In dem Fall sind wir kein Pokémon kommen mehr. Macht er, wenn es selbst steht davor, wird schneller. Nein. Ich habe gerade einmal gespannt. Geht aus einem nicht schneller, weil ich mit der Maus dann im ersten Safestate laden müsste, weil ich jetzt voll bin, irgendwelche Tasten zu drücken. Jesus Christ. Dass du im Alter funktionierst, das ist halt schon beachtlich. Also ich weiß halt nicht, ob der Safestate das gescheit resettet. Tut ja, ich glaube, das auch immer, dass hat funktioniert. Ich weiß nur, wo du auf der anderen Seite von dem Berg auch rein und raus bist die ganze Zeit. Okay. 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 Ich schaue es doch auf. Irgendwie hier nochmal. Scylla ist auch kein Blitzer. Scylla ist immer noch kein Blitzer. Scylla bleibt auch kein Blitzer. Night Slash, Park White. Nope, keine Spitzel-Luft-Attacke. Sengu ist auch kein Blitzer. Theoretisch könnte ich ihm Detekt beibringen. Aber ich hätte gerne einen Flug-Step. Oh, Hei-Terra. Okay. Theoretisch könnte ich Night Slash beibringen, das ist auch physisch. Man kann auch so viele physische Attacken lernen, wenn sein physischer Angriff so verkranzig ist. Ja. Jetzt wollen wir mal erklären, ey. Gut, dass ich noch so überhunderten habe. Ganz so. Jetzt auch kein Blitzer zu geben. Oh mein Gott. Nein, 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 Petri heil. Ab ins Angeln. Achso, schön, einfach mal so einen entspannten Stream hier. Ja. Ach ja. Ich muss mir umfang keine Sorgen machen, irgendwo Pokémons verlieren oder so. Farbwiegel auch das zweite Mal, dass ich dich angel. Oder warte mal, zieht die rote hier zu der rote unten. Naja, ist dieselbe rote deswegen, okay, never mind. Dann brauche ich hier nicht angeln. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, wie das mit dem Kampf-Ding funktioniert hat. Kampf-Anhand? Oder was? Ja. Du musst das schauen, da hat dein Pokknaff dann geblinkt, wenn die da Leute in der G&D wieder... Richtig. Das weiß ich. So. Oh, der wird kippen. Wir haben jetzt hier eigentlich alles. Das heißt, hier haben wir glaube ich auch schon geangelt. Da habe ich auch noch kurz platt. Oh, der Magma-Typ hier vor ist weg, das habe ich noch nicht bekämpft. Damn, bro. Interesting. Mein Interview ist jetzt, ach komm. So, ich springe jetzt mal noch kurz bis Level 35. Für das Gebiet. Habe ich nicht nach Pokémon geguckt, hier könnte es vielleicht ein Blitzer sein. Safari-Zone könntest du zu richtig machen. Ja, da kann ich auch noch gucken. Da gibt es sehr, sehr viele Encounter und sehr, sehr viele Gebiete. Hier gibt es zumindest einen Flammharrer. Ist auch schon fast richtig. Ist aber auch schon der 2 dort, wo ich einen Flammharrer sehe. Aber ich arbeite mich halt gerade so der Reihe nach durch, daher. Na ja. Signalbeam. Was ist mal hier? Hund ist da. Oh, heiß wie Kuhn. Bulls sieht es halt ganz gut an gegen Wassermann. Ich weiß aber da gar nicht, ob ich da reinstecke. Was ist Signalbeam, wo ich eine Käfer-Tacke? Gegen Grundlicht hätte ich da was. Gegen Psychos. Und da hört es auf, oder? Aber mein physischer Angehör ist halt auch gut, deswegen scheiße ich auf Signalbeam. Von daher. So. Scheint nur ein Mugelbaum. Okay. Okay. Und so. Auf geht's. Neuer Inkanteer. Oh, das ist ja schon einer. Goddammit. Ja. Ich schaue dann immer auf deinen Bildschirm, wenn du irgendwas fragst. Es ist ein Seemops. Es ist ein Wubbel. Ja. Und übersehe, dass bei mir was entkommt. Und wenn ich dann auf meinen Bildschirm wieder schaue, dann beißt immer nicht da. Okay, dann würde ich mich für's. nice this is baby Ich muss auch mal Stärke beugeln, wenn ich glaube der Profi angekommen habe, nur einen Mon. Ritzroß ist auch schon wieder das zweite Mal, wo ich einen Ritzroß finde. Ich mache jetzt vorzweig weg. Geht gut für Schwächen, aber ich habe langsam einige Sammons. Die Attacke ist jetzt ziemlich schwach. Schauen wir mal. So, mal gucken, ob ich wieder Viper oder nicht. Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Lämli. Hm. Noch ein Item? Ich glaube nicht. Außer bis du es brauchst. Hm? Außer bis du es brauchst. Wie? Außer bis du es brauchst. Du meinst gerade, äh, brauch kein Item? Oder? Ich habe gesagt, ich glaube da war kein Item. Ach so. Wenn da ein Item liegen würde, würde ich da mir jetzt schnell das Rad holen und darüber gehen, aber ich glaube hier drüben war kein Item. Ach so, ach so, ach so. Ich glaube nicht. Aber jedes Item könnte ein Donnerstein sein. Insofern würde ich gerne jedes Item mitnehmen. Ja. Und bei Items ist halt auch die Frage, hier noch ein Nugget Nice. Ne, ich benutze schon überall meinen Detektor. Beziehungsweise das habe ich vorher schon gemacht. Hm. So, der Letztko müsste Kalle wieder sein, ne? Was? Ah ne, erstmal nicht so meinen Doppelkampf. Oh, ich mach daraus lieber Einzelkämpfe alles. Das Wurta auch, der zweite Ort, wo ich das Wurta finde. Ah, das ist Kalle. Warum sind seine Monsen denn soviel nirgelt? Ja. Sehr gut. Ja, Byrne. Warum da besitzt sich nichts? Was haben wir hier? Gras. sein item vergraben sein münz amulett damit gutes item aber braucht nicht haben wir schon so da ist max ihr glück oder ein bisschen mark ich gebe ihm einfach irgendeinen namen immer hab ich genug glück so versuchen wir mal wieder ein sweep was haben wir diesmal im interview ausrufe dann wird einmal surfen snubbel nein danke mag b nein danke nein danke immer noch nichts anderes mehr steht immer noch auf der brücke unsichtbar jetzt wird für immer da bleiben da ich es nicht mehr weg bekomme selbst wenn ich es haben will ich ziehe jetzt alle bis 37 hoch keine risiken am auge kann man sich kratzen ohne dass gleich ein pokémon auftaucht und man es natürlich nicht fängt okay los so mark bin nach sechs stunden wieder hier was wir müssen nach sechs stunden herr gekommen und dann jetzt wieder der wipe gut kein speed up ich will meine revenge meine revenge ich habe kannst du eine flugattacke ist die frage flügel schlag auf jeden fall ich darf einfach niemals fucking sweepen scary face ja danke für den crit ja fängt gut an mit was hat er dich gecritet flame burst ich habe einen scary face drin also denke ich nicht der ich schneller bin auch wenn er jetzt einen speed job hatte na gut oh super portion ganz ein flügel schlag scary face ok speed boost das reicht nicht wing attack jackass oh shit das war ziemlich viel damage ja fand ich mal ein crit nope ich setze wahrscheinlich noch einen post nein läuft wieder super nope er greift an aber nicht gut das läuft ziemlich kacke danke danke für den insta crit auf tapu coco super geil man wie wenn man normal kampf kampf ja würde gerne das attack einwechseln aber haben wir mal das aber bei normal kampf dann kann ich ja dinges ja einwechseln ne theoretisch ja aber das ist ja keine gute physische verteilung ach so ja 77 wenn es gut genug ist kampf attacken steckt es locker weg kampf attacken sind ja scheißegal aber so eine double edge weiß ich ja nicht wollen wir jetzt sehen gerade nicht viele genau 60 ja das war 60 nix mehr switchen ich muss nullfalls opfer riskieren ich könnte ein giga drain machen dann acrobatics i guess wären optionen wenn ich krippe das halt kacke ja gut aber ja oh 20 und gegner benutzt take down und nicht daneben weißt du so ein bullshit ist jetzt natürlich die frage ob akrobatics reicht oder nicht oh ja derg schon ja wenn ich genug beiden nicht außerdem würde ich damit unter 60 heilen ne ich meine jetzt hat viel schaden gemacht ne ja so ja würde nicht reichen das ist ein griff schlechter stimmt 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 ich hab gerade andersrum gedacht gut hinter machen warum ich triffe der jetzt mal nicht mehr take down das wäre ganz mad dreimal trifft der mit 85 genauigkeit so ein bullshit alter so ein immenser bullshit wieder mal hier ja ja die cpu 85 genauigkeit nein 100 ist ja genauso wie stonisch bei luna stein gewesen so ein beschiss alter so was das dritte metern gut muss drin bleiben hoffentlich treff ich was anderes könnte man wieder extrem gefährlich werden mit mir zeigt aber angriffs boost hast nicht gesehen und ist ja viel geschwächt und boob macht einfach kein damit gut bitte trifft es ist 90 danke sollte reichen das ist ja ja mega logo mega lusche wohl eher gut wie ist elektro auf stahl neutral wow wow danke danke für den damage du warst so ein gutes man gut dass ich in dicht zeit und energie verschwendet habe ganz bengel gut bin durch was ein bullshit der modellacions der東 und dritte und der kr痛 ja 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 wind komplett sogar ja 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 und in dem und ich gehe aber doch ist Career precision c Philipp Nicole das was ich übrigens viermal gemisst habe hintereinander das hittet jeder gegner einfach jeder takedown von allem so ein bullshit dümmlicher scheiße warte ich dachte ich habe erdbeben oben kommt gleich noch ein item ich sehe hier keins ich weiß nicht wo du den vorher hattest keine ahnung ich weiß nicht mehr ich hab ja bisher noch nicht ja bei mir gab es jetzt da nicht ja deswegen keine ahnung wir gucken oh man ja jetzt kannst du dir ein bisschen ja reko Oh, der Arsch. Term26, erzähl doch mal. Ach, TC-Höhle war das ja genau, Nevermind. Das war ja der Scheiß. Risseblitz, auch nicht ganz das Richtige. Der richtige Typ, aber das war's halt auch. Können wir jetzt die Eitung holen, weil keine Trainer mehr sind. Haben wir keinen Bock. Und wieder Nebulak. Weißt du, was jetzt ziemlich gut wäre, wenn ich's hätte? Was? Lavados. Das würde sich jetzt ziemlich gut machen. Ich meine, du kannst Garados mitnehmen. Yeah, ein zweiter Wassermann und Elektroschwäche. Der Wahnsinn. Ja gut, Lavados hat auch Elektroschwäche. Ja, aber es wäre ein Feuerfluch. Ja, aber wenn's hier um Boden-Pokémon geht, ist Garados das weitaus bessere Pokémon. Ja, aber ich hab genau die an Mega und Blazing verloren. Und jetzt wäre Lavados einfach mal ideal gewesen für Fick-Boden-Mons und hey, ich hab Feuertacken. Ja, aber... Ja. So ein Bullshit. Bull 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 Shito. Oh, Safari-Tone, schau' wir mal. Fri Horn. Fri Horn. Gut, als ich ein Lichtherd schon investiert habe, hat sich richtig gelohnt. Hinikoro. Mann, hätte ich mal Luftschnitt lernen können, dann wär's viel besser gewesen. Aber nein! Natürlich ist wieder eine der Attacken, die fehlt. Die Poké-Boden habe ich inzwischen schon gesehen. 287. Nein. Ich sag' das halt... Wie brah war es halt auch so, eh. Aber es wäre etwas gegen Boden mit Lavatet. Für Kampf... Ich könnte für dich auch Megascherox mitnehmen. Oder was ist das? Oder was? Ich will mehr für Megascherox... hab ich halt keine Kampfattacken, das ist das Problem. Mhm. Hortenso ist auch fast richtig... ...waschel. Was soll ich mitnehmen? Ja, Items? Ja, jetzt frag mich irgendwie, aber theoretisch kann ich halt auch hier den Jugend mitnehmen für Kampfattacken, aber der hat ja bisher noch keiner. Ich hab mir Peter da gefunden, schön. Nicht ganz das, was ich wollte. Aber ja, hier gibt's auch ein paar Items. Despotar, das ist auch schon das zweite Despotar. Äh, angeln. Äh, das dritte Despotar meine ich. Kann ich den Blitzer 3000 mal finden, das wär viel besser. Also ganz am Ende find ich dann doch endlich mal einen Donnerstein oder einen Blitzer. Und dann auf der nächsten Route, wo ich selber direkt was fangen dürfte, da ist dann auch gleich Blitzer. Ich weiß nicht, wie ist das hier von Razor Wind. 80! 80 für ne Two-Turn! Naja, Razor Wind. Ja, wow. Da haben wir in keiner Ahnung, die sich dabei gedacht haben. Ja, wow. Was ne sicker Zacker. Ich dachte, es sah für einen kurzen Moment so aus, weil die Zacken so kamen, es war aber doch nur Sondama. Sondama hatten wir jetzt auch schon an drei Orten. Get food, I guess. Ey, Dragon Breath. Was mach ich weg für Dragon Breath? Bei Dragon Breath ist speziell, will ich das haben? Vielleicht glaube ich schon, aber... Was will ich dafür weghaben, I guess? Wenn ich Crunch habe, brauche ich Bugbein nicht, ne? Hm, nö. Nicht wirklich. Es sei denn, du willst gegen Pflanzen unbedingt was haben, gegen Monopflanzen. Nee, die können ja auch was haben. Aber wir haben auch schon... Nicht das beste Mann von den Stats, aber... Hast was gegen den Boden. Ja. Das sind Hausern für die Stats. Ah, 10 Jahre. Noch mal 10 Jahre. Meine Zeit ist abgelaufen, goddammit. Das ja geht. In diesem Gebiet finden Bauarbeiten statt. Ah ja, stimmt. Später kommt man noch in andere Gebiete rein. Ja. Oh, das Hübnu habe ich vorhin erst auf dem Gras gefunden, äh, auf dem Wasser gefunden. Jetzt gibt es das auch hier im normalen Gras. Was? Gott Dingle. Ja. Kast Haus, aha. Oh, Moment. Das ist das selbe Gebiet. Was mache ich hier fliegen weg? Ich wäre schon eher für Rocksail, wenn ich ehrlich bin. Feuermons treffe ich mit Earthquake. Außer es sind Glurak, aber da habe ich halt dann Pech. Äh, Eismons will ich gar nicht drin bleiben. Käfermon sind mir ziemlich rein. Also glaube ich mache Schworkstile weg. Ja. Gut, dass er Wildcard als eine TM gemacht hat. Uiii, richtig gut. Will auch definitiv beibringen. Und dann haben wir auch gerade gesehen. Panoptou, hey, das ist cool. Aber nicht das, was wir suchen. Die Quest für ein... Panoptou und Veuriegel hier in der Safari Zone. Die Quest für ein spezifisches Mon. Ja. Aber so bleibt für mich. Hm. Du darfst dir halt theoretisch mit deinem Shiny eins ausruhen. Ich darf halt nur ein spezifisches haben. Ja gut, das liegt aber auch an der ROM. Ich meine, die Regel würde es auf einem regulären Spiel gelten, aber da würde ich nicht eine Milliarde Shiny in Rachen gewettbekommen. Na gut. Sag, dass dein Shiny ist, die du bisher gefangen hast. Ja. Wie gesagt, ich habe nicht eins bisher. Ja, pass auf. Hey, Eisstrahl, das nehme ich gerne mit. Einmal muss man noch mindestens rein. Ich könnte auch noch mal mit dem Eilrad, äh, mit dem Kunstrad rein, I guess. Vergiss nicht, äh, mit Rad, äh, mit Angel und Surfer. Ja, das mache ich ja schon. Deswegen muss ich jetzt noch mal rein, weil in dem letzten Gebiet konnte ich noch surfen. Immer knapp bei Cash. Au, Enikoro. Enikoro habe ich direkt in der ersten Zone von der Safari Zone schon gefunden. Hm. Es kommt noch mal ein zweites Mon hier bestimmt. Kurthel. Kurthel genauso. Kurthel war auch in der ersten Zone. WTF, Mann. Jetzt ist ja das Acker versteckt dran, ne? Ja. Oh, helles Nebel. Findest du dann deinen Meisterball. Hey. Hm. Schön, jetzt können wir einen Puma nach Wahl. Zurückholen oder dann fangen. Mhm. Hm. Ich meine, ich kann einen Raycasa haben. Ein Beispiel, ja. Na, was? Ah ja, ich muss erst nach Graf reporten, der war meint. Ah ja, genau. Wir müssen erst das Hubbard klauen, bevor das versuchen kann, es zu stoppen. Dann P. Gut gedrückt. Frickerfinger. Frickerfinger? Von wo kommst du her? America. Das ist interessant. Ähm. Schauen wir auf die, äh, auf die Spiegelung. Wenn ich einfach nur schwimme, geht die Spiegelung mit. Wenn ich jetzt aber angel, hört die Spiegelung auf. Ich sehe bei dir noch die Spiegelung. Ich verstehe gerade dein Problem nicht. Ja, die Spiegelung ist da, aber die bewegt sich nicht so wie jetzt hoch und runter mit. Naja, aber dein Fisch bleibt doch noch mal stehen oder nicht, wenn du in die Angel raus wirst? Würf noch mal die Angel rein. Nein, schau an. Ich wirst die Angel. Sag. Ah, Tatsache. Ja. Neul von zehn, schlechtes Spiel. Mhm. Welches Level war hier der Typ 38, glaube ich? Das ist nur Vorstand, der ist nicht so stark wie Maxi. Ja, Randomized Months. Ja, aber ich meine jetzt, vom Level her ist er nicht so stark wie Maxi. Ach so, okay. Ach so, okay. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wie das hier ging. Kann man wieder was anbeißen? Manchmal drückt man eigentlich rechtzeitig, aber es ist sofort entkommen. Eine Millisekunde zu spät. Ah ja, mein Static ist ein Lektroball, das muss ich gar nicht fangen. Mhm. Das ist ein Jubel. Jo. Wir kommen am Anfang. Aber egal, in welcher Richtung du anfängst, man muss einfach nur am untersten das ganz hinten links nehmen. Wo ich mir jetzt ein Labadus hole, das ist die Frage. Willow kann man auch schon. Also. Ja? Frage, ob ich mir ein Labadus hole, theoretisch. Napp. Labadus ist halt auch nicht schlecht, aber wie gesagt. Ey, du hast Evoli. Ah ja, du hast keinen Blitzstein. Das ist ja das Problem. Evoli könnte ich mir auch so schon holen, mir fehlt halt der Donnerstein. So, du hast gerade übrigens von angefangen zu sprechen. Das Problem ist halt, was es für Attacken kann. Und das ist halt. Ich kann es Flammenbruch beibringen. Der ist denn hier noch nicht so geil. Gutes sein, Feuermann. Also A ist es Gen 7, also es ist ja Split vorhanden. Will Flammenbruch kann es mir nur noch beibringen. Fliegen theoretisch auch. Naja. Aber. Wie gesagt, gegen Boden-Pokémon, wenn du sagst du willst, was gegen Boden-Pokémon haben. Die meisten Boden-Pokémon können Stein attacken. Wie Braba. Ich habe wie Braba dafür theoretisch. Jetzt hätte man keine Ahnung, was ich habe. Bei Schwimmern-Meister, wenn man... Wenn ich Kaioko schon gesehen hätte, würde ich mir das fangen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, die Frage ist halt, vor allem funktioniert der Dingesens-Code. Der Level-Encounter-Code. Weil ich hätte dann gerne eine Reikasa auf nutzbarem Level theoretisch. Einfach nur, als man es benutzen kann, weil sonst lehnen wir. Es sei denn, dass es halt auch abgeändert hat. Dann wäre es ja noch trauriger, wenn sie es nicht benutzen könnte. Der No. Oh, mit Cover. Super. Ähm, theoretisch könntest du auch dein Mega-Logok wiederbeleben, I guess. Dann hast du vorher Kampf wieder, weil du ja gemeint hast, Kampf fehlt ja auch. Ich habe das ja damals ja nur gemacht, weil ich nicht normal trainieren wollte. Von daher... Ja. Wie ist... Ah, müsste neutral sein, Minimum. Der Pokédex wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ich will es auch jetzt nicht gerade testen. Da fällt mir auch gerade ein... Ich sollte mal zwischenzeitlich wieder speichern. Ah... Naja, wenn ich mal irgendwelchen krassen Monsten mal begegnet wäre. Das ist ja momentan noch nicht so der Fall gewesen. Also irgendwelchen Monsten, wo man ganz klar sagen könnte, okay... Naslog-Uber. Oh, die Deoxys. Das hat aber auch keinen Blitzer. Ich wünsche, ich hätte keine Joglu. Ich wünsche, ich hätte Blitzer. Oh, den kann einfach Riesa vorbeilaufen. Oh, Bisa Flora. Äh, Bisa Knosp meine ich. Das habe ich ja noch nicht gesehen bisher. Kapu. Hammut-Behre. Elsen ist ein... Jo, wats... Ne, das haben wir auch schon mal gesehen. Oh, geht los. Wups. Okay, Pube. Muss noch nicht direkt fighten. Ach, danke. Der dreht jetzt erst mal nur einmal um. Ja. Ah, ne. Safari-Zone also auch ein Bust, was Blitze anging. Ich kann einfach abhauen. Ja, aber muss ich, um weiterzukommen. Oh, naja. Der dreht, ja. Jawel. Das ist jetzt sehr gefährlich. Samutzu. Naturkraft-Feuersturm. Ja. Mensch. Mal ja, relaxen. Wahnsinns-Wassermons-Zero's, Kumpel. Moment. Oh, ne. Tiefstehöhle, nevermind. Nix, Erdbeben. Ah, aber die Team Aqua, Leute, bleiben sogar hier. Ja. So, wird's Zeit für einen neuen Encounter, I guess. Oh, yeah. Zwar ziemlich viele. Welches war jetzt die letzte, die du hattest? Der Altier... Nee, Magma Highout war das letzte. Ja. Das heißt, 124, Moosbach, 125, Küstenhöhle, 127, 126, 128. Prachtpolis, 129, 131, 131, Flossbrunn, 132, 133. Das ist echt so Trash. I mean, du kannst ihn entwickeln. Das ist ein ziemlich gutes, starkes Feuer-Pokémon. Das ist Magmortar. Wenn's, 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 ja, wenn's zu Magmortar funktioniert. Oh, lass ich fangen, du bist ein ranziger Fix-Bängel, Junge. Alter, die Instant-Turn-Runch-Sleeps! Du Miesel. What the fuck? Level 45, ey, what? Ja, viel Spaß. Na, ich bin abgehauen. Lässt du dich mal fangen, du ranziger Wichsknüppel, du Gehirnkopf-Junge? Kommt ein Blitz auf Level 45 und ich muss versuchen, fangen. Danke. Meine Fresse. Mord. Das ist ja so, was mir eingefallen ist. Willst du mich schwer? Nein, ist gut. Ja. Okay. Bruder, kann man offiziell Beschwerde einreichen? Nogenzu, du Bitsch. Das ist ja Kacke. Guck. Na, ein richtig schlechter Customer Service. Na dann. Beschwer dich doch! Geh doch zu Netto! Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh Gott, irgendwelche werden bei uns so viel zu oben Level oder was? Ne, what? What? Ich gehöre nicht direkt zum Pyroberg, okay. Pyroberg hat auch kein Wasser extra. Oh Gott. Router 123. Nochmal Xerox, haben wir auch schon. Probier haben wir auch schon in allen Formen und Varianten gesehen. Ah, schon muss Deep City. Wurde landen da. Ups, das wollte ich nicht. Ja, hey, jetzt hast du eine Milliarde Feuermons. Da legt noch ein Item rum. Achso, das war der Tick-Tack-Brief, den ich nicht mitnehmen konnte, okay. Das wäre jetzt gewesen, ich war ja hier schon mal, wenn jetzt das ein Item, was ich hätte liegen lassen und vielleicht übersehen hätte, dass das genau das Ding gewesen wäre. Mit Donnerstein. Aber du hast auch schon der zweite Ort, wo ich finde. Oh, das ist 25. What? Achso, Dewspider ist das. Ja. Hm. Krasses Mann. Theoretisch. Du bist Käfer-Wasser, ja, da kann ich ja super gescheit angreifen, Mann. Und jetzt kamen wir in derselben Generation raus, wo auch ein anderes Käfer-Wasser-Mann rausgekommen ist mit Gollus-Support. Ja. Ja. Wo wieder so. Und das hier war besser. Das waren beide nicht so geil. Ach, das kann Recover-Wasser nicht verarschen. Recover-Mon. Was gefahren? Neera ist jetzt auch schon das dritte Mal, wo mir ein Shinera begegnet. Wo ist denn jetzt mein Pokédex inzwischen? 295. Ich bin noch gut 90. So, kennst du die, kennst du die Anspielung? Moment. Da fehlen jetzt leider mir ein paar Vokale hinten beim letzten Wort. Äh, Snyder? Ja, Water Snyder. Der Name sagt mir was, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht woher. Das war bei einem Film mit, ich glaub's war mit Jackie Chan, wo halt irgendein Kumpel getötet worden ist. Also er liegt nicht getötet, aber liegt halt im Krankenhaus und sagt halt die ganze Zeit so, Water Snyder. Und halt Jackie Chan versteht die ganze Zeit, Water Snyder, und sucht da irgendwie drei Viertel des Films danach. Und dann kommt raus, dass du nicht Water Snyder meint, sondern Water Snyder. Was halt so ein Käfer ist, der auf Wasser so sich halt bewegen kann, ohne halt die Wasseroberfläche, die Wasseroberflächenspannung zu stören. Und die Bösewichte, äh, wollen halt quasi, äh, alle Wasser, halt irgendwie so ein ganz großes Wasserreservoir, wo halt frisches Trinkwasser herkommt, halt vergipften, indem sie halt so ein, halt, äh, diese Insekten da halt, äh, rufschicken. Mhm. Weil sie halt die, das Gift an den Füßen haben können, darüber halt das Gift reinbringen, und dadurch, dass sie die Wasseroberflächenspannung nicht stören, würde es halt keiner bemerken. Lange hätte ich den gesehen, aber. Sagen wir jetzt im Prinzip ja auch gar nichts, aber. Ja. Minun, hey, auch nicht das richtige Mon, bring it. So, jetzt gehen wir so langsam die Option aus. Na gut, nicht ganz, ich hab noch genau dieselben Optionen wie du gerade. Für deine ganzen Encounter. Was, die Küssenhörer? Äh, nördlich von Mosbach. Ja. Wahnsinn, Junge, danke, als wäre ich da nicht gerade. Ja, okay, genau da. Oh, hier ist auch Gras. Well. Außen ist Gras, okay. Ja. Und ein, hey, hallo, Lunarstein. Oh, Guckel, das ist jetzt, glaub ich, schon das vierte Mal, dass ich dich gesehen hab. Ach ja, Turn Onsleeps, immer wieder. Danke. Oh, ja. Jesus, schau! Oh, ja. Fucking Turn Onsleeps, eh. Auf der Fall. EG. Bei Seegras kann ich selber noch gucken. Fertig, perfekter Name. Wart mal schon. Ja. Dass man jetzt nicht schon das Tunnel haben kann von Troy. Einer dieser Kampftypen hier draußen wird auch irgendwas, ne? Stimmt, gibt dir den nicht Brick Break? Äh, keine Ahnung, ich suchte. Ich hab aber auch nicht mit ihm geredet. Dynamic Punch, deshalb Wuchtschlag, ne? Ja. Oh? Nein, danke. Wenn du einen Mon mit Nougat hast? Ja, oh, hab ich auch nicht. Ja. Heißt Gott. Und das Code Lassern. Ich hab mir doch ein zweites Mon. Ich weiß doch, dass mit der Super Angel zwei Mons kommen können. Auch ein paar Zentrum war später, ne? Ja. Nach der Arena. Ja. Ach, Troy, gib mir doch ein Tunnel. Woll ich echt nicht neuen Sorgemann. Ja. 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 Ja, okay, ich hab' den. Ja. Ja, ja. 32 und 33 kannst du auch noch holen links von flussbrunn oder rechts vom grafiport also stromschnellen prinzipiell die zwei roten ach ja die ganzen schönen turn one sleeves ein spaß für die ganze familie mann wird keiner verstehen wahrscheinlich außer man hat super punch out gespielt ich habe ihn bad time genannt weil der letzte boss im spiel heißt ja halt mr sandman und his specialty is bad time ok 126 oh ein deoxys kommt hier auf der super angle ok sein jub sein jub das ist leider kein job und will haben wir auch schon mal gesehen auch leider jetzt gerade nicht auch noch keinen counter was hat es gemacht explosion oder was explosion genau ich hatte gerade sonnfeld nur gesehen und war gerade bei sonnfeld mit explosion 29 ist hier alles hier ganz wenig ist 29 aber hast du das nicht auch gemacht mit brüller ne das habe ich doch schon nix umgeendet ok ok oder habe ich gemacht dass er es versucht zählt ich glaube nicht ich glaube ich habe es umgeendet dass ich einfach pech habe oder das weiß ich nicht keine ahnung wenn es nicht vorher so war dann wäre es jetzt so habe ich pech auch wenn er sagt das oder was geile sackkasse man danke dass du existierst mhm 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 Oh, das ist interessant Das habe ich bei meinem Playful gern benutzt Das ist auch ziemlich gut Angeln Oh, wow Das hat denn nichts an Verteidigungswerten Was? Oh, hast du das jetzt gekillt? Ja, weil davor dieses Mini-Sand-Ding Was auch resisted hat Hat auch eine Sludge-Bomb ausgehalten Und zwar mehr als genug Aber ja, das Verteidigungswerten Hat einfach gar keine Stats Wow RIP, Junge Was ein Mon So, 129 Oh, du bist gescheinend, oder? Ich danke, du gescheinend Ich meine, das ist ein starkes Boden-Pokémon Freuentwicklung stattdessen Triff, du Bastard Danke Nichts, du musst nur freundlich einen Paptop machen Wenn man... Ja... Ja... Nix, was freundlicher Paptop nicht lösen kann Hätten wir noch gern Kaiokka Hätten wir noch gern Kaiokka Hätten wir noch gern Kaiokka Hätten wir das nicht? Das haben wir auch schon Konnten wir auch schon mal angeln Und haben das auch geangelt Und es befindet sich immer noch in unserem Team Ich sag, du... Oh! Oh, ein Angel Okay Ich hätte meine... Ich hätte meine Sleepwater ein sollen Nein! Oh nein, please Wenn du das gefangen kriegst Hier kann ich mir einfach das Mittagrausholen, I guess Jetzt geht das wieder los, ey So, du hast ja keinen False Fight mehr jetzt, ja? Richtig Selbst wenn es hat nur Take Down Ja Stimmt, das ist schlecht Ja Und ist am besten Welches Mon hattest du mit Take Down ganz am Ende gefangen? Äh, nein, ich hatte es nicht gefangen Es war auch die Metagross-Situation Ja, aber du hast doch irgendeinen Mon, was du ganz am Ende... Nicht du Fucking Turn 1, Sleeps Fünfmal gelandet Viermal in den Sinn wach Ey, so ein Bullshit Du hast doch voll in irgendeinen Mon gefangen, was dich beim letzten Take Down, äh... Ich weiß nicht mehr, welches war Achso, nee, äh, das war Mega-Sherox mit Struggle und Leech Life Äh, mit Egesamen dran, ne? Ah, okay Danke, 50, Paula, dass du mir was... Sieben Turns Sleep gegeben habt Richtig cool Voll sexy Danke, dass ich diese Attacke mitnehme und so oft benutze Dass ich eine Runde Schlaf kriege Hey, hey So, ein Bullshit Naja Na, das heißt Battle, schmeiß und hoffen Nein, 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 wow Ah, das ist ein Item Extra, das ist ein Item Ist aber schön Ah Gibt mich Bälle schmeißen und trafen. So, Turbo-Controller, dann mach du mal die Arbeit. Währenddessen esse ich. Nein, super Trank, verdammt. Oh, Frage, okay. Essen war gut, na, ist doch schön. Willkommen zurück, Steven. So, ich hab immer noch kein Blitzer gefunden. Dexter hat inzwischen relativ gut aufgeholt. Ziemlich beschissene Encountern. Ja, das ist das andere Problem. Ob ich gegen dich wollte ich nicht noch kämpfen? Noch irgendwo ein Item? Nein. Ja. Super Engel. Äh, Super Engel. Engel. Genau. Welp. Naja. Biss nur das zweite Mal, dass uns passiert ist. Vollkommen okay. Ah, guck. Nee, schon. Nee, geil. Super. Ach ja. 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 Ja, das könnte ich jetzt machen, theoretisch. Dann ist ja die Frage, wenn das Insel stirbt oder sonstiger Würde, Franz. Ja. Das ist so leider das Problem, mein Freund. In der Tat. Das ist das immer. Aber wahrscheinlich wäre ich das sogar tun. Wahrscheinlich wäre ich das tun und damit Cherox ersetzen. Mega-Cherox. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hat er nicht gesagt. Was? Achso, äh, sind Nudeln mit Fleischbärchen und irgendeiner orangenen Soße. Keine Ahnung, wie sie heißt. Orangenen Soße? Fange ich mir das jetzt mit meistern, weil das ist die Frage. Kannst doch erstmal noch deine restlichen Account abgehen. Ja, theoretisch. Wo du theoretisch doch noch rein zwingst. Mase, du bist so lustig. Ich sag's ja nur wegen der Wahrscheinlichkeit, die ist halt nicht null. Doch, eigentlich schon. Genau, wir haben sie minus drei. Das hat bei einem Metagross nicht funktioniert, bei einem Tanner auch nicht. Ja, dann gibt's noch einen Metag. Vielleicht klappt's da, das hat bei mir geklappt. Ja, macht dann also noch zusätzlich Kommission, damit man es in dieser Vorstellung rausnehmen kann. Kann passieren, ja. Ja, supergeil. Ich würde mir einfach nichts gegönnt. Stattdessen wäre ich einfach wieder geschritten mit all dem Scheiß. Ja, danke. Oh, Gott. Oh, shit. Ging, aber ich wollte dich nicht kämpfen. Na gut, das sollte... Sollte gut gehen. Ich hab'n Sack, ey, ranziehen, Schwimmer. Carbonara gab's bei dir. Nee, er glaubt ja, ich glaub's mal ist, das soll deine Soße sein. Nee, Carbonara ist es nicht, die ist bei uns nicht orange. Mann, jetzt sind die ganzen Tränen, aber wo kommt die alle her? Überall und nirgendwo. So, ein bisschen die XP holen, warum nicht, ne? Eventuell hilft das ja. A&G-Manipulation. Ja. So, das war 130. Ah, hier gibt's auch noch Items, hier war ich nicht drin. Ersehung, okay. Der Turm ist egal, weil wir da eh noch nichts machen können. Ah. Kommt mir natürlich jetzt, äh, nicht, äh, irgendwie neue Bälle oder so. Irgendwann, ich hab kein Geld. Ich könnte Zing und Nugget verkaufen, wir irgendwie ziehen Ultra-Bälle, aber ja. Oh, kannst du ein paar Träner, die du ausgelassen hast, mitnehmen? Ja, genau, oder ich lasse einfach sein. Sag mir nur, dass es eine Option ist. Moment, da hab ich überhaupt meine Schlafbruder aufgefüllt. Da hab ich... Eins, meine Schlafbruder, ich wollte dir helfen. Warum stecke ich hier jetzt fest? Da ver... Na, mal gucken, was jetzt kommt. Wahrscheinlich, äh, ein, äh, weiteres Madbo. Oder ein Kokuna. Ein Wasserstein, Gott dammit. Gib mir doch einfach ein Donnerstein. Dafür krieg ich den Daumen hoch. Und das ist... Hatte ich nicht schon einen Du-Floor? Äh, das weiß ich nicht. Ich hab halt einen Du-Floor, mit dem ich die ganze Zeit känze. Schau mal, ja, das ist doch. Nö, hatte ich nicht. Hey, geil, guck mal, noch mehr Song. Go, geil, uh, die Encounter, uh. Ach, ja. Ne, hoi. Mal schauen, ob du eine Latschbombe aussetzt. Ja, knapp. Latschbombe eingesetzt. Ja. Okay. Ich hätte mich ziemlich wellen gewesen, ob es ausgehalten oder nicht, wenn ich mal ill sein darf. Es überrascht mich ja, dass es ausgehalten hat. Ja. Ich hab fast keine Bälle mehr. Da müssen wir Bälle holen gehen. Flossborn ist ja fast da, von daher. Ja. Aber da gibt's keinen Markt, glaub ich. Ja, aber kann ich halt wieder hinfliegen, um weiterzumachen. Darum geht's. Ja. Oh, wops. Mann, ey. Du bist ein Stück Scheiße. Danke. Was? Wenn ich könnte, würde ich meinen, äh, Donnerstein mit dir tauschen, wenn ich dafür wieder einen Meter haben könnte. Könnten wir machen, ja. Aber geht halt nicht. Ja. Wobei, kann man das nicht aufsetzen? Wobei, du hast ja auch wieder einen Hack da, also ich werde die Frage, ob's überhaupt funktioniert. Ja. Gibt ja eine Möglichkeit, so ein virtuelles Ding zu machen, dann tatsächlich zu tauschen. Seahorse für Belgien habe ich nicht, mein Freund. Tut mir. Äh, was, was, was? Da ist einer, der tauschen will, oder was? Seahorse für Belgien. Hä? Muss ich mal gucken. Vielleicht tauscht ich mir einen Blitzer. Oh, wie bezweifle ich das? Ich weiß auch nicht, warum. Bleibst du auch, aber die Chance ist da. Ich muss jede Chance prüfen. Hm. Bis du aufgeholt hast, zumindest. Ist ja nicht mehr so lange. Schon wieder Seedracking. Und du bist ja fast bei mir. Musst noch deine Encounter durchgehen und dann bist du ja schon bei der Arena. Und ab da an sind wir wieder gleich auf. Oh, okay. Ich hätte fast von meiner Wegsperre Klaus Gebrauch machen müssen, aber mein Deck-Pro-Ball hat einfach gesagt, nö. Weil mich hat gerade ein Dick-Tree überrascht und fast mein Deck-Pro-Ball gekillt. Aber Intensität hat nicht getroffen anscheinend. Und... Trägst du Blenden-Puder? Trotz Sandwirbel konnte ich zigmal mit Walzer treffen. Hast du Blenden-Puder? Ja, stimmt. Ich hab Blenden-Puder dran, ja. Ah, das erklär jetzt. So, welches war denn das hier? Gegen einen Voltensor, ist ja fast das richtige Pokémon. Vorhin kommt Voltensor, ja. Ja, mit. So. Moment, hier kann ich auch noch einen Pokémon fangen. Ja. War schon bei Brachpolis. Brachpolis? Naja, du kannst nach rechts dann unten noch weiterschwimmen zu Brachpolis. Du kommst halt den Dingens noch nicht hoch, aber es zählt schon zu Brachpolis. Oh, nein, hab ich nicht. Dann kannst du das auch noch machen. Nee. Ich mag dich zwar noch schon, aber du musst mir nicht wirklich helfen. Wenn ihr in Dägen ist es besser. Ja, aber halt die ganzen... Ich hab die ganzen Liebe. Ja, schlicht schnell 32, das ist das Problem. Und ich hab keine 3 Herzschuppen. So ist das Problem. Oregon 2, hey. Jetzt hab ich's auch mal gesehen, dass Fee was gejagt hat letztes Mal. Bin hier inzwischen bei 200. Ja, äh, 300. Ja, ich hab inzwischen 303 Pokémon gesehen. Ja. Wie viele gab's insgesamt? 383 oder sowas? Oder 386? Ich dachte 366, 50, aber das geht auch. 356 nur? Nee, ich sein konnte. Ich glaube. Oh, hey. Bist du shiny? Oder? Nee, ist nicht. Kittyfly. Dann bin ich inzwischen unter 50 Mons. Warte, ich kann ja gucken, ich müsste... Ich hab ja Hirachi oder Dioxys bei dem Dex. 386. Das heißt, ich habe noch 82 Pokémon nicht gesehen. Eins davon ist Blitzer. Ja. Ich hab ja auch schon das zweite Mal mit einer normalen Angel geangelt auf Level 5. 133. Kann ich die jemals irgendwie anhalten? Äh, ja. Ja, wirklich. Moment. Party! Ich hab ja auch noch nicht gesehen, oder? Das heißt, wir sind jetzt bei... ...335. Äh, 305 mein ich. So rum. Ähm. Moment, hatte ich nicht mehr... So. Wie komm ich jetzt hin, ihr Robbel? Jetzt gab's doch vier. Ja, die weg. Genau, hier hab ich das Bisa-Floor gefangen. Wie ist es denn? Komm, ich hab doch gedrückt. Ah. Hm, he. What? Achso, oh, ich kann wegen Webber nicht ausgewechselt werden. So. Priscilla, dich haben wir auch schon gesehen, du hast dein Mon, das einfach halt beim Schwimmen aufgetaucht ist über Meta-Rost. Äh, wenn ich auch noch merke, wo es manche Pokémon gab inzwischen, ey. Hm? Merken wir inzwischen, wo es schon manche Pokémon gab, das ist Miraplatte. Ich hab mal bei, äh, Dingens bei, äh, ich hab den Namen vergessen, Faustauhafen. Ja, Faustauhafen, da haben wir nicht gefunden. Irgendwo da an den Wassern. So, so Bangle hat wieder zwei verschiedene Encounter, einmal ein Meta-Gross-Hai. Ähm. Aber nein, danke. 34 hatte ich auch schon, das war mit, glaube ich, das. Genau, 34 war das Recht vom Grafiko dann. Hm. Noch ein Meta-Gross. Das hat man auch schon. Hat die Schmerbel schon mal gesehen? Ja. Das ist alles 127. The fuck? What? Hm? Keine Ahnung, ich geh die ganze Zeit am Rand entlang und dann so Steine, aber scheinbar hätte ich da irgendwie schon mal abbiegen können nach Albuquerque. What? Ah, ja. Das ist 126 gewesen, ja. Wo siehst du hier nur will? Da kommst du erst durch Taucher rein. Ey, aber was waren... Das ist Polis, hab ich gesagt. Rechts. Osten. Ach so, mhm. Oja, guck mal. Cooler Encounter, die man gerne fangen würde. Hm. Tombianer. Sup. Euer geprüft. Wie. 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 Ich bin ja echt schon knapp drei Stunden dabei, nur hier rumzuschwimmen und überall zu angeln. Keine Ahnung, länger, weil du ja schon letztes Mal angefangen hattest. Evergrande City. Ja, aber ich habe jetzt nochmal neu angefangen. Mit der neuen Angel, weil ich die ja vorhin erst gefunden habe. Und mein letzter Encounter ist... Ein Wingull. Oh ja, diese Monsterausbeute bei über 700 Pokémon später hat zu Tränen gerührt. Oh, Freude. Und immer noch. Ja, das hat sich ja super gelohnt. Hierfür war ich eine Stunde oder so aufzaubern für Trash und Ultramüll. Gammel direkt da an der Ecke. Ach ja. Ja, ja. So, wir machen an der Stelle Feierabend. Und ich gucke dann aus Grün rum nach Evergrande, den ich lieber fangen möchte als Meter raus. Okay. Ne, sind jetzt drei Stunden, reicht doch wieder. Ich bin ja quasi fast da. Ja. Ja, dann machst du das von dem Stream. Ich bin ja... Eine Rute will ich noch testen. Dass wir noch einmal nach Prachtpolis und da noch kurz angeln. Ja, kannst du es tun. Dann hat man mir ja auch noch kurz gleich Schwarzbild. Wenn ich mal jetzt verramte, wäre es so. Ja. Bis dann, danke für's Zuschauen und bye. Bye, bye.